Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu Haute Cuisine Live. Mein Name ist Dani Wagmann aus Haute Cuisine im Kücheladen Soledurn. Ich bin Norman Hunsiker, Koch- und Geschäftsführer im Artist in Biel. Herzlich willkommen von Ihrer Seite. Und wie vorhin erwähnt, wir senden aus Haute Cuisine, Haute Cuisine, ein Werk von Theos Bern. Auch er würde uns schnell gerne begrüssen. Auch von meiner Seite. Hallo Dani, hallo Norman. Wir sind gespannt und fiebernd am Bildschirm, was ihr uns für ein geniales Menü zaubert. Auch unsere Kunden von Designküchen möchte ich herzlich begrüssen. Schön habt ihr eingeschaltet und ich werde ganz sicher nicht enttäuscht werden. Wir geniessen den Abend und ich gebe wieder zurück. Let's go! Merci Theo von Designküchen in Niederbib. Ich würde gerne kurz zwei, drei Worte verlieren, was euch in diesem Stream erwartet. Wir haben heute oben ein paar Links vorbereitet. Die einen finden ihr vielleicht oberhalb vom Video, die anderen unterhalb vom Video. Unter anderem finden wir dort einen Link zu den Rezepten, die wir heute oben zubereiten werden. Danach findet ihr dort einen Link zu verschiedenen Produkten, die Norman während dieser Kochsendung einsetzen wird. Für die, die wissen, oh, das bräuchte ich vielleicht noch zuhause. Zusätzlich für die, die unsere Sendung sehr cool finden. Wir haben recht viel investiert in diese ganze Sache. Wenn jemand etwas spenden möchte, das darf man auch machen. Wir haben den Twin Tonation Link. Es gibt einen weiteren Link, zu dem kommen wir später noch. Dann seht ihr vielleicht die, die unten oder oben drauf schauen. Jetzt möchte ich eigentlich mal von Norman wissen, was kochen wir heute in unserer Sendung. Genau. Heute Abend haben wir ein kleines Dreigang-Menü vorbereitet, das wir hier im Soleturm machen werden. Wir machen zum Start ein Rinsdatar mit Spargel und einer Souran-Creme. Im Hauptgang machen wir Stör, einen Fisch, den oftmals in Vergessenheit geraten, mit ein bisschen Spinat und Bärenlauch und Topinambur dazu. Und im Dessert, mit dem füllen wir nicht gleich an, gibt es eine Crème Brûlée mit einem selber gemachten Granola und ein bisschen Joghurt und gar mal seiten weissen Schokolade. Okay, cool, also spannend. Wir haben im Hauptgang Fisch, habt ihr gehört. Wir füllen mit dem Dessert an, ist auch ungewöhnlich. Also wir sehen jetzt eigentlich mal, wenn so ein Menü von einem Top-Gastronom zubereitet wird, wie der Ablauf ist. Wenn ihr Fragen habt, direkt zu uns hier im Studio, könnt ihr uns auch kontaktieren über eine WhatsApp-Nummer. Die werdet ihr auf eurem Kanal jeweils finden. Die, die zu Hause auf dem Smart TV schauen, ich muss euch die noch schnell durchgeben. Wir haben natürlich die Nummern überall publiziert unter den Videos. Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich bin gerade nicht bereit, die Nummern einfach runterzulesen, aber ich habe sie. Das wäre 079 129 68 71. 079 129 68 71. Dort drüber könnt ihr uns nicht anrufen, aber könnt ihr uns Nachrichten schicken. Wenn ihr Fragen an Normen oder an Mehrheit habt, ich würde das direkt in die Sendung integrieren. Und wir würden diese Fragen beantworten. Norman, mit was fährst du jetzt an? Du hast gesagt, du fährst mit dem Dessert zuerst an. Ja genau, wir fährst mit dem Dessert an, weil das Dessert meistens am längsten braucht. Und das ist jetzt so hier heute bei uns der Fall. Genau, wir fährst hier an, gerade mit die Crème Brûlée. Das ist ja gerade ein Eier-Trenner, den wir dafür brauchen. Nebenbei bin ich schon den Rahmen aufgekocht und ich ein bisschen Salz drin habe. Dann gehen wir weiter, dann gehen wir klassisch zur Vorspeise und dann zum Hauptgang. Und am Schluss kommen wir dann auch wieder zurück zum Dessert zum Fettimachen. Du hast vorhin gesagt, eben den Rahmen am aufkochen. Leider haben wir ja die wunderbar schlechte Situation, dass wir immer ein bisschen Distanz zueinander halten sollten, auch wir zwei. Mir fällt das wahrscheinlich heute oben nicht immer ganz leicht. Es ist auch ein bisschen eng da hinten dran. Leider können wir euch kein Bild aus dem Topf zeigen. Ihr müsst die Vorliebe nehmen mit dem, was ihr von vorne seht. Vielleicht, wenn wir das wieder mal machen können und wir die Auflage nicht mehr haben, können wir euch auch in den Topf schauen. Also, wie der Norm gesagt hat, hier Rahm, hier Butter. Genau, Butter ist ein bisschen Granola, die ich am Schmelzen bin einfach. Genau, das mischt sich dann besser drunter. Jetzt habe ich da mal ein bisschen Eigelb getrennt. Da gebe ich jetzt dann noch für die, die das Rezept haben, glaube ich, man kann es abgeladen, hast du gesehen? Das Rezept kann man bereits abgeladen, ja. Für die, die das Rezept abgeladen haben oder am Schauen sind, wir ziehen einfach den Rahmen, den wir aufkochen, das Eingelb mit Zucker, das zusammenmischen. Sogenannt, dann kochen wir es am Schluss zu Rosen ab. Das ist so auf 82 Grad. Was heisst für ein Hobbykoch oder für jemanden, der diesen Begriff nicht kennt, zu Rosen abkochen? Ja, ich sage immer, Ei, man kennt ja drei Minuten Ei. Sagen wir es mal, oder unser Ei kennt man vielleicht auch noch, eher vom Ei Benedikt oder man kennt die festgekochten Eier. Und so sind die verschiedenen Temperaturen, wo man das Ei kocht, oder zittert auch, je nachdem. Und dann hat es einen anderen Zustand, also wenn es festgekocht ist, oder eben wachsweich ist. Und zu Rosen abkochen, das ist auf 82 Grad, so hat man die bestmögliche Stabilität vom Eingelb, ohne dass es ausflocken wird, also ohne dass es wirklich fest wird. Und das ist das, was man eigentlich erreichen möchte. Genau. Dann gehen wir mit dieser ein Cranesbrille legen und dann eine offen, damit es wirklich noch fest wird. Genau. Also da gehört schon ganz viel Wissenschaft dahinter. Mir ist das heute auch ein bisschen ein Anliegen, dass die Leute auch mitbekommen, wie funktioniert etwas beim Kochen. Die Idee ist auch, dass ich das aus der Norm ein wenig rauskütteln kann. Wenn ich vielleicht eine Frage nicht stelle, denke daran, dass ihr uns kontaktieren könnt. Ich werde von Zeit zu Zeit mal zu meinem Bildschirm rübergehen und schauen, ob sich irgendjemand gemeldet hat. Bis jetzt hat noch niemand den Mut gehabt. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir sicher noch die eine oder andere Frage werden bekommen. Ich habe lustigerweise vernommen, dass es ein paar Kollegen von mir gibt, die heute Abend Bullshit-Bingo spielen, mit Begriffen, die ich heute nenne oder mit Sachen, die ich mache. Ich wünsche euch viel Spass beim Leertrinken vom ersten Getränk und einen schönen Abend zusammen. Gut. Norman, du hast vorhin erwähnt, Hotel und Restaurant Artist in Biel. Wie ist zu diesem gekommen? Du bist sesshaft geworden. Du warst ja nicht immer, oder? Nein, nein. Ich war ein rechter Lebensmensch, weil ich immer ein bisschen unterwegs war. Irgendjemand, nach den verschiedenen Ausbildungen, die ich gemacht habe, bei Konditeuren, Konfisseur und Koch, dann haben wir das schnell mal selbstständig gemacht, verschiedene Caterings-Aufträge gemacht, ein bisschen Privatkuchen unterwegs gewesen für gewisse Persönlichkeiten. Irgendjemand ist die Suche, dass man sesshaft in einem Lokal werden muss. Ich habe nicht immer zu den Leuten gegangen, sondern die Leute wollen zu mir in ein Lokal. Dann haben wir herumgeschaut, verschiedene Optionen geprüft, in verschiedenen Städten, Ortschaften. Und dann haben wir das Konzept und meine Philosophie mit dem Wissen, das wir bei unserem Artist umsetzen. Und wir legen sehr viel Wert auf Präzision, auf selber gemacht und eben Swiss Made. Eigentlich genau das, was Biel verkörpert mit ihrer Uhrenindustrie. Und dort haben wir uns wirklich gerade wunderbar positionieren können. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich selber weiss ja, wie es sich anfühlt, bei dir zu essen dürfen. Aber vielleicht für unsere Zuschauer eine kurze Erklärung. Wie stellt man sich ein Abend bei dir vor? Das ist ja nicht klassische Hockey in einem Restaurant an einem Tisch, sondern das ist ein Erlebnis. Genau, wir wollen nicht nur Genuss bieten, sondern wir wollen auch ein Erlebnis bieten mit dem, was wir kochen, mit dem, was wir zelebrieren. Wir zelebrieren Schweizer Kulinarik, wir kochen ausschliesslich mit Schweizer Zutaten von verschiedenen Produzenten, Händlern, Züchter, Sammler, Jäger. Wir kochen irgendwie mein Team. Und unsere Gäste sind ein Teil von dem Ganzen. Sie sitzen bei uns um die Küche um. Wir haben 24 Meter lang eine Chefstable mit 34 Plätzen. Wir haben zwei Kochinseln, ähnlich wie hier, nicht ganz ein Stairway gross. Und eine riesige Theke, wo wir auf unserer Chefstable sitzen. Und dort sitzen die Gäste und wir kochen, wir bedienen die Gäste direkt mit unseren Kreationen. Und wir erklären ihnen, was wir gekocht haben, wieso wir es gekocht haben, für wo wir es haben. Und nicht nur das Essen ist speziell, sondern jegliche Getränke bei uns sind ja ausgemacht. Okay, also wirklich am Gast kochen eigentlich, das ist auch ein bisschen ein Konzept her. Genau, und der Gast kann, sagen wir mal wie bei einem Kochkurs, wie wir gemeinsam mit Old Cuisine Kochkurs machen, wo der Gast Fragen stellen kann, den Teilnehmern und mitmachen. Ist es bei uns im Restaurant so, am Chefstable, die Leute können Fragen stellen, mitmachen können sie natürlich nicht. Aber es ist natürlich für die Leute auch spannend, die sich fragen, wie ist das gemacht oder von wo hast du das und so. Und auch für unseren Köch und auch für unsere kulinärischen Artisten macht es viel mehr Spass, wenn man wirklich am Gast ist. Und meistens ist der Koch einfach so im Hinterkämmerli oder im Kälber oder im Stock oben dran geschlossen. Ja, man kann auch immer von Alu sagen, wenn es hochkommt. Das höchste Serien gefühlen. Genau, so. Dann wird wieder ein bisschen zurückgestellt, meinen Arm, dass der nicht überkocht oder anbrannt. Genau. Dann habe ich aufkocht. Jetzt kann ich den einfach ganz unterrühren. Dann kann ich den hier ins Eingelb geben. Und das ist ja eigentlich jetzt der Moment, wo es eben zur Rose ziehen ist. Genau. Wo die Temperatur stimmen muss. Genau. Es sollte sicher nicht zu heiss sein. Deshalb gebe ich mir schon langsam bei. So. Wunderbar. Also. Hier ist es nicht so schlimm, weil es nicht ganz genau aufs Grad stimmt, weil es zu kalt ist. Meistens ist es einfach zu kalt. Ja. Da muss man es wenigstens in die Pfanne tun. Wir setzen das Ganze. Nämlich. Ein bisschen rühren. Dass es noch ein wenig viel Schaum geben. Weil da fast ein wenig rühren kann. Vielleicht kannst du auch das, wenn es in der Konsistenz ist, wo es die Tafel auch etwas hochheben sollte, damit man es in der Kamera auch sieht. Ja, das kennt man, glaube ich, schwierig. Man muss sich vorstellen, es ist eine dick, ja, leichte dickflüssige, oder wie ein flüssiger Honig. Okay. Genau. Honig, welches warm ist, welches wirklich flüssig ist. In etwa hat diese Konsistenz. Und eben, du hast das richtig gesagt vorhin, die Temperaturangaben gelten für das Eingau. Und das Eiweiss hat dann entsprechend andere Stockpunkte wieder. Nein, nein. Ja, sie unterscheiden sich ganz leicht die Stockpunkte. Genau. Aber ich sage jetzt, für uns ist das natürlich in der Küche höchst interessant. Aber für das Eiweiss, das so akribisch auseinanderzunehmen, ist fast ein bisschen übermütig. Ja, ja. So, ich fülle die Masse in zwei Schäle ab. Aufgrund dieser Situation haben wir leider keine 20 Gäste, die wir heute überkochen dürfen. Ich sage mal, wir machen nur zwei Portionen, die dann die Regie im Hintergrund geniessen werden, wie unsere Gerichte fertig sind. Die sind abgefüllt. Jetzt könnt ihr, je nachdem was ihr für Haushaltsgeräte habt, wenn ihr einen Backofen habt, mit Umluft nehmen, dann könnt ihr die bei Umluft etwa 35 Minuten bei 110 Grad in den Ofen hineinschieben. Oder wenn ihr einen Steamer habt, dann könnt ihr etwa 30% Luftfeuchtigkeit wählen und 90 Grad etwa so 16 bis 20 Minuten könnt ihr die so in den Ofen hineinschieben. Also, wir sollten noch ein neues Wasserbad stellen, diese Schäle. Ja, da würde es natürlich wesentlich länger gehen und der Garpunkt ist nicht gleich, weil die Hitze natürlich nur von aussen kommt und nicht von oben. Also nicht ringsherum. Ich habe es mal probiert, es funktioniert auch im Grill. Es kann funktionieren. Genau. Dann habe ich Glück gehabt. Manchmal ist es nicht nur Glück, sondern auch das Können. Was braucht es? Da wird dich gerade rot, Norman. Ja, das bin ich permanent. Also. Wir haben hier hinten einen Steamer für diejenigen, die sich gefragt haben, wo er das hergeschoben hat. Nicht in eine Schublade. Der ist hier hinten versteckt. Es sieht ähnlich aus wie vorne dürfen. Die werden wir dann auch noch brauchen. Nur ein Stechen kleinerer. Ja. So, genau. Das haben wir drin. Wunderbar. Du sagst, wenn ich nicht immer zur Hand gehen kann. Ja. Als nächstes machen wir eine Granola. Die Granola ist eigentlich wie eine Müsli-Mischung, die wir machen. Und dort dazu, zum Dessert, kommt ebenfalls noch die caramelisierte weisse Schocke. Weisse Schocke. Oder weisse Couvertüre. Die könnt ihr zuhause, weil ihr Kochschocke habt. Oder noch Osterhase habt, die ihr nicht essen. Die könnt ihr klein schneiden, klein brechen. Bei uns sind das Couvertüre-Drops, die wir haben. Die kann man auf dem Blech verteilen. Auf einem Bachpapier. Dann kann man diese bei 160 Grad etwa im Backofen ein bisschen backen. Ja, Schocke kann man backen. Der ganze Milchzucker und sonst Zucker, der drin ist. Der karamellisieren und gibt einen wunderschönen, feinen Geschmack. Wie sagt man dieser, Daniel? Wie sagt man dem Aufstrich, den es da gibt? Wie kommt das Milch auf das Karamellisierte? Du bist in der letzten. Genau. Es kommt so geschmacklich in diese Richtung. Genau. Das tun wir dann gleich in den Ofen hinein mit dem Granola zusammen. Das ist das, was wir jetzt gerade machen. Das ist wie eine Müsli-Mischung, die man machen kann. Die kann man ganz einfach machen für das Haus. Ein bisschen vorbereitet. Schauerlich. Genau. Dann nehmen wir noch eine Schüssel raus. So. Dann haben wir eine Nussmischung, die ihr könnt nehmen. Irgendeine, eine x-beliebige. Ihr könnt ihr selber noch ein bisschen Nuss haben. Ihr könnt diese zusammen mischen. Die tun wir in die Schüssel hinein. Dann haben wir Haferflöcke, die wir dazu geben. In einer Pfanne. Das ist das, was Dani schon erwähnt hat. Dann haben wir hier flüssige Butter. Dann habe ich hier von uns selber gemachte Aprikosen-Confit, die wir bei uns im Restaurant, im Hotel verkaufen. Dann habe ich hier ein Löffel. Das liegt natürlich auf der anderen Seite. So geben wir ein bisschen Aprikosen-Confit. Die können hier sonst jensliche Konfitüren, aber gerade was ihr zuhause habt, die ihr geschmacklich darauf Lust habt, die könnt ihr beigeben. Das, was ich richtig sehe. Cool mit Honig. Mit wirklich gutem Honig. Das ist ein Flaschchen von dir, oder? Das ist dein eigenes Produkt. Genau. Das ist Aprikosen-Confit, das wir bei uns im Hotel unseren Hotelgästen am Morgen servieren, das wir auch kaufen. Wir haben viele Geschäftsreisende, die nehmen so ein Souvenir mit. Werdig in eigener Sache. Oder hinterher stehen diese Sachen. Für dich, die nicht unbedingt auf Bio-Wall fahren, zu uns, um irgendeinen selbstgemachten Senf, oder Gewürzmischung, oder Brotaufstrich, zu holen, kann man jetzt auch online bei uns bestellen. Oder eben voll spontan. Online. Oder vorbeikommen, sobald man wieder dörren. Vorbeikommen ist fast am besten. Genau. Sobald du die Laden aufbauen, bei uns in Gastronomie sieht es leider noch anders aus. Das ist ja so. Genau. Die Butter geben wir jetzt hier auch rein. In das Ganze. So. Jetzt habe ich nämlich schon Händchen an. Jetzt kann man das hier ein wenig durchmischen. Damit sich hier die Butter, die halben Flöckchen, die Nüsse und Aprikosen-Gonfi gut mischen. Also. Also. Ich habe vorhin gerade eine Frage... Sorry. Ich muss schauen, wie ihr den Haier nur Luft offen habt. Wenn ihr die Umluft einstellen könnt, könnt ihr sie ein wenig zurücknehmen. Weil, je nachdem, schlägt euch sonst die Halbflöckchen im Ofen rum. Und durch Butter und Confi, die drin ist, kleben sie euch noch ganz offen. Das ist nämlich mühsam. Oder. Es gibt so eine gute Regel. Wer kocht, putzt nicht. Genau. Vielleicht könnt ihr diese auch anwenden. In diesem Fall. Ich hoffe es mal. Also. Ich habe vorhin gerade eine Frage bekommen. Eine technische Frage zu dieser Sendung. Ja. Nämlich. Wie viele Kameraläub braucht das um uns so abzufüllen. Ihr wartet die Antworten. Wir warten noch ein wenig, wie es mir dazu sagen. Sicher ist immer mal, dass die Kameraläub alle sehr weit auseinander sind. Also die, die uns anladen können, wissen, hier ist genug Platz. Ich gehe mit Norman. Ich gehe mit Norman. Ich muss ihn zur Hange, oder? Genau. Wir gehen jetzt gleich in den Backofen rein. So. Ah. Falsche Seite. So. Das tun wir hier rein. Ich schaue, wie sie hier die Schokolade reinbringen. Damit wir gleich den Backofen nutzen können. Wunderbar. Genau. Das tun wir oben. So. So geht das nicht rein. So geht das nicht rein. So geht das nicht rein. Ah, jetzt sollte es gehen. Das Blech nicht ganz drin war. Jetzt stellen wir das mal. 6 Minuten ein. Und dann können wir das Granola ganz leicht ein wenig bewegen. Ein wenig hin und her, damit das Ringsentum gleichmässig geröstet wird. Und auch die Schokolade bewegen wir nach 6 Minuten. Genau. Voilà. Wir haben den ersten Tipp bekommen. Sie sagen, ein Kameramann. Nein. Es sind drei Kameraläute, die wir hier drin haben. Wie gesagt. Du musst es probieren. Genau. Norman, ich habe noch eine Frage an dich bekommen. Und zwar Dein Schnittlauchöl wurde gefragt. Wie Schnittlauchöl? Es hat sich jemand an das erinnert und möchte gerne wissen. Hast du noch einen Kochkurs gewesen? Hab ich noch zu essen? Warte, die Person hat erwähnt, wie die Frage der Stanko kam. Das war an der Flavorfair. An der Flavorfair? Das hat leider nicht stattgefunden. Wir haben uns sehr gefreut. Wir hatten ein cooles Gericht. Die Frage ist von Tom. Er möchte gerne wissen, wie man das Schnittlauchöl macht. Schnittlauchöl? Also allgemein so Kräuteroel. Momentan Bärlauchöl. Wir haben mega viel Bärlauch gesammelt. mit Peter und ich. Gerade am Anfang des Lockdowns waren wir hier im Wald und es war alles überwöchert. Das kann man natürlich auch mit Schnittlauch machen, mit Spinat, mit Peterli, mit Rosmarin, mit Thymian und und und. Dann nehmt ihr einfach die Kräutchen, waschen, zupfen, zusammen in einen Mixer, in einen Standmixer, in einen Moulinex, mit einem Stabmixer, mit einem Messbecher. Wir machen es meistens im Thermomixer, wo wir grössere Mengen machen. Dann mixen wir die Kräuter mit einem neutralen Öl, also Sonnenblumenöl. Dann mixen wir das Öl auf 60 Grad erwärmen, 20 Minuten mixen. Dann mixen wir das Sibli ab, damit wir das Kräuterstückchen wieder draussen haben. Und am Schluss mixen wir es noch mit einem Basiertuch durch, damit wir wirklich ein schönes, grünes, klares Öl bekommen. Und vor allem geschmacksintensiv. Je mehr Kräuter das reingeben, und weniger Öl, dann ist es geschmacksintensiver wie das Ganze. Voilà, also habt ihr schon ein Bonusrezept bekommen. Merci vielmals Norman. Genau, ich muss das ein bisschen aufräumen. Was ist der nächste Schritt, den wir machen? Der nächste Schritt, den wir machen, wenn ihr das Topinambur-Puré ansetzt. Jawohl. Das ist bereits für einen Hauptgang. Das Dessert läuft jetzt schon am meisten. Ich hoffe, wir vergessen unser Granola und unsere weisse Schokolade nicht im Ofen. Falls es Leute gibt, von den Zuschauern, die Topinambur noch nie gesehen hätten, das wäre toll. Topinambur, das ist so ein bisschen das Gemüse, das muss nicht ganz alle gleicher Meinung sein. Der Landwirt, das haben wir schon gesagt, das ist dummes Gemüse. Wenn eine Knolle im Boden vergisst, die Kundennäste sind wieder und wieder. Ist ja eigentlich nicht so dumm. die Topinambur. Ja, das kommt immer darauf an. Sie sind nicht gleich meinig, sagen wir es so. Und die Topinambur, die haben jetzt vom Stefan Brunner, vom Brunnerreichhof, in Spins, das ist neben Barberg, der beliefert uns. Das ist ein sehr grosser Hof, der hat über 60 Gastarbeiter, die bei ihm auf dem Felder arbeiten. Das kommt gut unten. Genau, der beliefert uns mit den verschiedenen Gemüsesachen, unter anderem, und unter anderem auch mit der Topinambur. Du dürftest die schon mal mit Abstand zu mir schälen. Ich habe meine Sparscheller, im Falle schwarze, cool, der hat Stil. Also provozierst du Bullshit Bingo, dass ich mir die Finger schneide? Zum Beispiel, ich hoffe es. Ich glaube, jetzt müssen sie schon wieder leer trinken. Ich glaube, sie haben euren Spass bei mir hierher zu kochen. Das könnte noch sein. Genau, ich kann mir die ein bisschen schälen. Und dann schneiden wir die klein. mit dessen die Sibbele noch klein schneiden. Es gibt ja Hierarchien in der Küche, und es gibt Bezeichnungen. Was bin ich jetzt gerade? Ich würde es mal so sagen, mit Gummi. Netzbezeichnet. Das ist schön, das muss ich mal sein. Aber du bist ja nett. Genau, in der Pfanne geben wir ein bisschen Butter rein, damit wir das Messer holen. So. Natürlich immer Vorführeffekt. Meistens schneidet man sich am schnellsten. Genau. Ich versuche jetzt ein bisschen langsam zu schneiden. Weil die Situation halt nicht ganz alltäglich ist, ist man ein bisschen unter Druck und Stress. Also ich bin bis jetzt noch nie in Stress gekommen, aber das könnte sich noch ändern. Ja. Ist das nicht das erste Mal, wenn wir zusammen kochen? Zuerst mal auf Distanz kochen so gemeinsam? Das ist ja so. Also wir kochen ja eigentlich zusammen, wenn wir Workshops machen. Weil normalerweise haben wir ja Gäste da drin. Die Workshops Programme sind teilweise schon Programme, also Workshops sind aufgeschaltet auf unserer Webseite, die auch nicht werden stattfinden, weil die Regulierung noch ein bisschen länger wird anhalten. Aber wir können euch versprechen im Herbst sind wir zurück und wir geben Vollgas mit den Workshops. Wir geben Vollgas, dann könnt ihr der Normandol live-chor erleben. Also live-life. Richtig könnt ihr dann auch anlängen dann wahrscheinlich. Ich weiss zwar nicht, ob ihr das so gerne habt. Aber was sicher cool ist, ihr könnt nachher auch essen von dem, was dem Workshop zubereitet wird. Die Workshops umfassen eigentlich immer Themen. Also eben, wie mache ich Teigware, Basta, wir haben Sausse von Grund auf, Fleisch am Stück, Fisch-Workshops. Fisch-Workshops ist ganz cool, da haben wir ganze Fische, kann jeder mal selber ein bisschen Föralen voneinander nehmen. Wir haben auch wirklich ganze Lachs-Föralen da, wirklich so ein anständiges Stück von einem Fisch. Dass man so mal sieht, wie gross so ein Fisch ist. Und die meisten Leute sind dort erstaunt, wie viel Abfall eigentlich Fische gibt. Genau. Norm, habe ich auch mal schon eine Anfrage bekommen wegen vegetarischer Kurs, wollen wir so etwas mal einen Angriff nehmen? Ja, wieso nicht? Es muss ja nicht immer Fleisch und Fisch sein. Das ist ja so. Kann man natürlich ganz so gut machen. So, bei der Sibelchen am andünsten. Das dünstet und dampft das schön. Nicht zu heiss, dünste ist immer ohne Farbe. Genau, sonst ist es dann sortieren. Oder in meistens in Umgangssprache zu Hause. Bei unseren User sagt man dann Braten. Genau, bei unserer Köche ist Braten im Ofen. Etwas ganz anderes. So. So. Der Ofen ruft schon mit der Schocke. Ich muss auch ein bisschen die Sibelchen zurückstellen, bevor wir es ablöschen. So. Genau. Jetzt kann man mit der Kamera hier aufs Blech richten. Und noch ein bisschen die Wecke abstellen. Zum Glück habe ich vorher schon etwas gegessen. So. Genau. Dann schmeckt es schon. Man sieht vielleicht, dass es ganz leicht schon etwas garmelisiert ist. ist das Ganze. Das Backpapier ist natürlich nicht heiss. Dann machen wir es ein bisschen her, damit sie nicht an einem Ort verbrennen, sondern dass sie es gleichmässig karamellisieren. So. Genau. Dann gehen wir noch drei, vier Minuten hinein. Mit dem, das Granola können wir noch so lassen. Es sieht gut aus, aber das schneidet ja schon bald gut. So. Das ist echt noch mühso. Und der Doppi ist aus einem Grund lassen. Ja, das habe ich schon gemerkt. So. Aber auch das bekommen wir auch noch nicht. So. Wunderbar. Gut. Dann blösen wir unsere Zibeli ab. Ein bisschen zurückgestellt gehabt. Genau. So nehmen wir den Weisswein. Ein bisschen. Wie ihr seht, in ein paar Rezepte stellt. So in etwa, nach meinem Gewissen. Aber viel tun wir hier nach Handgelenk mal Pi schaffen. Weil es ein einfaches Menü ist, das wir auch zu Hause machen können. Also Normen und ich kann mich auch kontaktieren, wenn man Probleme hat. Genau. So wie du es machst. Das dampft hier ordentlich. kommt das gut. Das kommt wunderbar. Ich bin immer noch zu schauen, so spannend bei euch. Mal eine Frage. Braucht ihr keinen Dampfabzug zum Kochen? Genau. Da könnte Theo noch recht haben. Da könnte Theo noch recht haben. Wir hätten einen. Wir hätten einen. Dann lassen wir doch den hoch. Genau. So. So. Voilà. Theo hat natürlich recht. Eigentlich sollten wir mit dem Dampfabzug kochen. Aber dass ihr noch wenigstens sieht, dass wir nicht gar keinen Topf auf dem Herd haben. Er hat gesagt, wir verzichten darauf. Wir haben eigentlich nichts wo wir so richtig heftig anbraten. Genau. Dampfabzug in dieser Variante finde ich sehr cool. Weil ich muss nicht mit Luft raus. Und das Ding, das zieht jetzt wirklich ab. Weil es eben nicht einfach in der Platte eingelassen ist. Sondern die Geräte, das ist so für mich wirklich der Rolls-Royce. Das ist ein Produkt von White House. Ich werde dir nachher noch etwas mehr zu dieser Küche erzählen. Ich nehme euch die Sicht nicht länger weg, damit ihr weiterhin seht, dass ihr euch nicht etwas vorspielen. Wie ihr die schöne Pfanne seht. Wie ihr die schöne Pfanne seht. Alles klar. Das ist eigentlich auch die Idee, dass man Dampfabzug zum Kochen braucht. Merci Theo für den Tipp. Ich habe es fast vergessen. Natürlich Dampfabzug immer einschalten, wenn wir hartere Zeug anbraten. Genau. Hast du die Topinambour fertig? Ja, kommt gerade. Wollt ihr ein paar? Ja, gib mal ein paar. Ich kann die ein bisschen einschneiden. Und bei geben. Danke schön. Bitteschön. Genau. Die, die Topinambour noch nie gegessen haben. Die kann man auch ganz gut roh essen. Man kann sie mit der Schale essen. Wir schälen. Das ist ein bisschen mühsam. Aber beim Kochen, wenn man Suppen machen will oder so, wird die Schale ganz hart. Und das ist eben auch nicht so geebig für eine Suppe oder für ein Püree zu machen. Genau. Das ist auch sicher das Gemüse, das ein bisschen am Hype ist. Wenn man wieder aufkommt, sieht man in vielen Gourmet-Restaurants unterdessen schon einfacher Gasthöfe. Es ist sehr mild. Man muss beim Würzen immer aufpassen, dass man es nicht überwürzen. Vor allem mit dem Salz muss man immer fein arbeiten. Ich sage jetzt mal, es ist so wie eine feine Williams-Bere ist das eigentlich auch so, ist das recht zu vergleichen. Leichte Süsse, aber leichte Erdigkeit. Genau. So. Hast du die letzten, Dani? Ja, komm. Was noch wichtig ist, die kleinen. Ich habe glaube etwas kaputt gemacht. Nein, jetzt hast du meine. Das geht noch blöd. Ich versuche das nachher zu flicken, sorry. Zum Glück sind wir im Küchenland, da kommen wir wieder rein. Willst du gleich eine neue? Wir haben vier verschiedene Farben, in schwarz. Ja. Wir legen bei uns viel Wert auf Ästhetik und Design. Nein. So, ich gehe nachher schauen, ob wir wieder eine Frage bekommen haben. Genau. Unser Granola ist gerade fertig. Es kommt immer fast ein bisschen Stress. Ich hatte immer noch keinen Stress. So. Ich sehe es mir hier, dass die Schokolade wirklich rausnimmt. Und ich dachte, ja, das Offertör, ich kann mir noch ein bisschen öffnen. Die Schokolade lassen und ich verbränte in dem. Da aufpassen, das Blech, das ist aber noch heiss. Und das garamalisiert nachher. So, jetzt seht ihr richtig, dass es schön garamalisiert ist. Das ist ja dem Benni hinter der Kamera ein Gruss sagen übrigens. Denen hinter der Kamera? Also nicht an uns. Den Benni. So, ich nehme das weg vom Blech hier, damit es auskühlen kann. Genau. Und das Granola mit Rf auskühlen. Also ich habe hier eine Frage von jemandem, der im Materialkult nicht ganz gut aufpasst hat. Die Frage war, welcher Vorteil bei den Messingpfannen? Das sind nicht Messingpfannen, die wir hier auf dem Herd haben. Das sind Kupferpfannen. Der Vorteil von Kupfer liegt ganz klar dort drin, dass es extrem wärmeleitfähig ist. Und dadurch auch die Möglichkeit bietet, sehr schnell die Temperatur im Kochgefäss zu wechseln. Sprich, rauf zu fahren oder runter zu fahren. Und die Energieübertragung vom Herd an sich in die Pfanne selber ist natürlich viel effizienter. Genau. Hast du den Rest, den du schon noch geschaut hast? Hast du noch gegeben? Super. Ja. Den hast du alle dünn? Ja. Gut. Dann geben wir dem Ganzen noch etwas. Ich gebe noch einmal ganz wenig Weissweine. Weissweine reduzieren, allgemein die Weine oder die Spirituose. Ich nehme mir eigentlich ein Glas zum trinken. Also eh heisse. Ja, aber ich möchte gerne ein Glas weiss. Aha. Das kann ich verzichten. Ich bin am Kochen. Ups. So. Dann geben wir hier noch ein bisschen einen Raum dazu und das Ganze gemütlich einkochen kann. Damit wir das dann nachher noch zu einem Püree verarbeiten können. Für ein Püree bringt es nichts, wenn es schnell und heiss kocht. Das verbränt es meistens. Sondern lasst dich da ein bisschen Zeit auf mittlerer Stufe gemütlich einköcheln. Genau. Und immer mit knappen Flüssigkeit nicht zu viel Flüssigkeit. Denn Flüssigkeit nachgeben ist immer einfach alles wegzunehmen. So. Da ruft es schon wieder. Es huptet. Geschwink schauen. Jetzt könnt ihr leider nicht reinschauen. Aber ich kann euch dann auch zeigen, wie sie gut sind. Das ist ja schön. Da habe ich immer noch Fragen beantwortet. Es geht noch eine Weile. Darf ich das nachher, wenn es fertig ist, rausnehmen und sagen, ich habe da mal was vorbereitet? Nein, das machen sie in anderen Kochsendungen. Nicht bei uns. Ah, Mist, ich wollte das schon lange mal machen. Ei, ei, ei. Wir gehen nachher noch raus. Ja, wir gehen nachher noch Green Eggs. Wir gehen nachher noch etwas grillieren natürlich. Wir haben nämlich die Grill angefeuert draussen. Ich habe nicht ohne grillieren. Ich komme gleich eine Live-Übersicht rüber vom Waggis Bullshit Bingo. Ich sollte mich noch Ah, ich sollte mich noch CEO vom Küchenladen nennen. Ich wünsche euch ein gutes Essen von einem Getränk. Das ist sicher ich auch mal drin. Nein, definitiv nicht. Genau. Also, wir gehen weiter. Im Hauptgang, haben wir gesagt, gibt es etwas mit Fisch, mit Störer. Genau. Speziell. Kommt man Störer im normalen Fischfachhandel, sage ich jetzt mal, kommt man das rüber? Im normalen Fischfachhandel bekommt man den, ja. Ich hoffe, Sie versteht mich, wenn ich vor dem Kühlschrank knäuel. So, wieder zurück. Küche. Ja, Störer bekommt man rüber. Für die, wo wir mal Richtung Berner Oberland gehen. Nachdem wir dort lockern, wieder los sein. Ich gehe wieder zu früh ins Tropenhaus. Dort werden Störer gezüchtet. Störer ist auch der Fisch, der den Kaviar macht. Genau. Die meisten Leute kennen nur den Kaviar von diesem Fisch. Die wenigsten haben den schon mal gegessen, aus Fleisch. Bei uns servieren wir den. Aktuell kann ich es gerade nicht sagen, denn wir haben aktuell nicht offen. Aber bis dahin haben wir den bei uns serviert und haben ja gesagt, komm, wir machen etwas mit Störer. Das wollen wir den Leuten zeigen, denn jeder kennt Störer noch nicht. Genau. Was ist die Idee? Wie wirst du den Störer zubereiten? Diesen Störer werden wir erst speizen. Dann habe ich eine Salzlacke gekocht. Für euch zuhause auf dem Bildschirm sieht das aus wie ein Viereckiges Gefäß mit etwas Wasser drin. Ja, aber in diesem Wasser ist 10% Salz drin. Also auf 1 Liter Wasser sind etwa 100 Gramm Salz drin. Das koche ich gemeinsam auf, damit sich das Salz auflöst. Und dann abkühle ich es und dann gebe ich den Fisch, den ich bereits entgrätet habe, für 20 Minuten rein. Und das konzentrierte Salzwasser tut es einen schönen Ringsentum gleichmässig würzen, salzen oder beizen. Dadurch hat man ein viel gleichmässiges Geschmacksbild. Von der Konsistenz her viel gleichmässiger. Weil man einfach über einen Fisch nur Salz drüber streuen, weil es nie gleichmässig und das Fleisch individuell garen würde. Hat das noch einen anderen Einfluss, das Beizen? Ja, es tut den Fisch anführlich auch schon leicht garen. Die meisten kennen sicher den Lachs. Beizen den Lachs. Das kann man auch mit Farauen machen, mit Lachsfarauen oder mit einem Hecht. Viele Leute haben ja immer das Problem. Meistens ist es so, wenn der Lachs, wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Holzbrettchen auf dem Holzbrettchen im Grill macht, haben ja viele Leute das Problem. Einerseits ist er dann meistens schon etwas zu lang drin, wenn das Eiweiss austritt. Ja, dann ist es spät. Man kann dem aber auch noch etwas entgegenwirken, dass das nicht zu früh austritt, wenn man es eben auch beizt. Das ist richtig. Genau. Also die haben auch den Lachs, wenn ihr ihn auf dem Grillweig macht, einerseits eben nicht zu lang oder nicht zu heiss machen. Die, die Kerntemperaturen messen, was würdest du empfehlen? Zwischen 44 bis 49 Grad Maximum? Es kommt immer etwas auf den Fischdruck an. Der Störer ist jetzt ein recht festes Fisch. Und ein recht intensiver Fisch. Geschmacklich ist sicher nicht jedermanns Sache, aber den garen wir jetzt auf 49 Grad dem Sauvideblatt. Jetzt rühren wir ein bisschen, ein Schneidbrettchen wechseln, das Messer waschen. Dann kann man vielleicht das Messer waschen. Soll ich rühren oder waschen? Lieber schnell abwaschen. Okay, aber nicht, dass ich mich schneide. Das hoffe ich nicht. Genau. So. Also, das grosse Schnittbrett. Ich weiss nicht, ob ich das jetzt hier vorne sehe, aber ich wäsche dein Messer jetzt ganz speziell ab. Das hat eine coole Funktion. Mit dem Kocker. Kochendes Wasser. So, legen wir dann eure Händchen an. Das wäre noch ein Vorteil, wenn ich ein Tuch hier habe. Das ist so. Du kannst noch eins holen. Wunderbar. Also, wir gehen als nächstes zum Irins-Tatar. Ich denke schon, die eine oder andere Leute von euch, die haben schon mal so eins zubereitet. Da kann man ganz viele verschiedene Sachen dritte tun. Ich mache das jetzt recht roh, sage ich ja. Ein Tatar ist roh, ganz klar, Entschuldigung. Versprecher. Ich arbeite hier mit verschiedenen Kräutern. Mit geröschtem Baumnussöl. Wir arbeiten hier Baupachnollen. Der frische oder der alte Produkt eignen sich ganz gut für das Innetzraspeln oder Bröckeln. Oder die Möglichkeiten sind. Da kannst du mir gleich das Messer geben. Super. Ist das heisse? Ja. Das Fleisch brauche ich. Das ist so schön, dass du abwäschst. Ist für mich. Gell? Das habe ich noch in keinem Workshop erlebt. Aber das können wir beibehalten hoffentlich. Genau. Ich habe hier Rindshuft. Mal schauen, wie du kommst. Das ist so. Ich habe hier Rindshuftfleisch bekommen. Von unserem Metzger. Den wir von Hand klein schneiden. Die meisten kennen Tartare. Ich denke mal, viele haben solche Würstchen zu kaufen. Ist sicher eine gute Qualität, aber viel besser als frisch abzuschneiden. Wenn du zum Metzger vertrauen und Fleisch holst, bitte sagen ihm, dass ihr durch das Fleisch ein Tartare machen möchtet. Meistens hat er noch gewisse Stücke, die wirklich ganz frisch sind. Frisch heisst nicht gelagert. Rindfleisch sollte ja gelagert sein, bevor man es zubereitet, zum Essen. Das ist wirklich schmacksintensiv und zart. Und weil man ja das Tartare roh isst, sollte es wirklich junges, oder respektive frisches Fleisch vom Schlachtatum her noch nicht so lange gelagert ist, kaufen. Was passiert eigentlich beim Reifen von Fleisch? Was ist der Prozess dahinter? Beim Fleisch selber? Du hast vorhin gesagt, es wird geschmackvoller, es wird zarter. Ja, der ganze pH-Wert ändert sich. Die Muskulaturen entspannen sich, weil sie sich leicht übersäuert durch die ganzen Stresssituationen und alles. Aber ich glaube, näher darauf eingehen, da müsst ihr ja Metzger fragen. Ganz ehrlich. Also, ihr habt auch gehört, am besten zum Metzger vom Vertrauen einkaufen. Hast du Tipps hier in der Region? Ja, es gibt ganz viele Metzger hier in der Region. Zum Beispiel in Seltsach, Metzgerei Scholl, das Familientraditionsumme. Das ist einer von zwei in den Kanton Soledur, der selber noch verschlachten darf. Genau. ein neues Haus in Grenchen. Genau. Oder sonst sind noch viele Bauernhöfe oder Landwirte. Das Gräu Fischer Lengendorf ist auch so einer. Genau, ja, habe ich ganz vergessen. Sehr gute Produkte. Und natürlich hier in der Stadt haben wir noch einen Metzger in der Stadt. Und jetzt selbstverständlich. Der Letzte noch von seinem Zumpf bei uns. Das ist eigentlich schon bedenklich. Ich freue mich, dass es noch so viele Becken und Metzger und Käse waren in diesen Urtschaften, in diesen Dörfen, in diesen Städten. Ich kenne es ja selber von meinen Eltern auch her. Das ist, ich schätze, die man noch hat. Wir haben wieder eine Frage, Norman, von Lukas. Er fragt, wenn du Stör kaufst. Ist der in einer Grösse erhältlich? Oder gibt es verschiedene Grösse? Und für wie viele Personen, wenn ein Fisch kaufst, wie viele Personen kannst du mit dem arbeiten? Also Stör, die werden eigentlich nur geschlachtet, oder fast nur, weil man den Kaviar ernten möchte. Den kann man nicht lebig ernten. Kaviar, das hat Eier vom Stör, was eigentlich Nachwuchswut geben. Entsprechend müssen sie geschlechtsreif sein und dann haben sie auch eine gewisse Mindestgrösse natürlich anhand ihrem Alter. Ich habe mal, in Freizeit, wenn ich dazu komme, gehe ich in Frankreich Karpfen und Welsfischen. Und da habe ich wirklich einen Stör gefangen in der Wildbahn. in dem See ein paar habe ich gewusst, aber ich habe nie damit gerechnet. Der Stör, der war etwa nur 8 kg schwer. Das ist viel für einen Fisch. Für mich war es wenig, aber er war 1,26 m. Okay. Genau, es war wirklich ein rechtes Kaliber. Das erste Mal, als ich ihn im Wasser gesehen habe, dachte ich, es ist ein Störer. Die sieht schon ein bisschen feuchig aus. Das ist halt ein Urgestein. Um Filetieren, wenn man die Chance hat, einen Stör zu kaufen, zu bekommen, lasst ihn bitte filetieren. Denn es ist auch für einen Profi nicht einfach. Die haben ganz einen anderen Körperaufbau aus Fisch als die normalen Fische, die man so kennt. Genau. Aber normal Fisch filetieren, das kann man auch bei uns im Workshop lernen, sobald wir sie wieder machen. Im Fisch-Workshop. Genau. Du lässt die Leute auch filetieren lassen, wenn sie sie selber tragen tragen. Genau. Ich glaube, das ist auch speziell bei uns an den Workshops, dass die Leute bei uns selber aktiv mitkochen dürfen. Was, glaube ich, eben nicht selbstverständlich ist in anderen Workshops, in denen ich zum Teil schon ein Feedback bekommen habe, dass die Leute schätzen, dass sie fragen können, dass sie selber mitmachen können. Und da gibt es immer noch den einen oder anderen, der will schauen und geniessen. Ich sage immer, es braucht einen besonderen Mix zwischen mitmachen, die, die wollen und die, die einfach lernen wollen und konsumieren. Ich sage jetzt mal, dass die auch ihre Kosten kommen. Du musst ja niemanden zum Arbeiten zwingen. So. Aber es ist manchmal lustig. Manchmal haben wir Gruppen, die ja alle mitarbeiten arbeiten. Die sind mega schnell. Und dann gibt es Gruppen, die alle nur ein bisschen schauen und lernen. Und sich fast nicht getrauen. Dann sind wir auch ein bisschen länger dran. So. Ich sehe, das hier, das schneiden, ist noch recht aufwendig. Ich schneide hier immer ein bisschen Streifen. Norman. Ja. Ich muss gleich noch etwas fragen. Ich habe jetzt hier wieder eine Frage bekommen, von Alex. Er fragt, wie bist du zum Kochen gekommen? Wie bist du zum Kochen gekommen? Und? Ich habe mal eine Koche gelaufen und habe es lustig gefunden. Genau. Dann bin ich aufgewachsen zwischen Mehlsecken, Knäppmaschinen und Backofen. Meine Eltern, die haben... Ui! Unsere Crème-Rollé. Fertig. Denke ich jetzt mal. Meine Eltern, die haben eine ganz kleine Bäckerei in Aarch übernommen, im Obendorf. Dann schreiben wir hier. Die haben in Aarch im Obendorf eine kleine Bäckerei übernommen. Ich war natürlich immer um die Knäppmaschinen und die Mehlsecken um. Da habe ich natürlich dazum als Kleinking das noch nicht so interessiert. So. Müssen wir noch klein hier irgendwie. Das ist dann noch nicht so wunderbar. So. Ja, und dann wollte ich immer Koch werden. Aber bei verschiedenen Orten schnappen, das anschauen. Wie man das so macht. Aber am Schluss haben wir gleich entschieden. Nein, eigentlich will die Bäckerei Kondite werden. So im letzten Moment alle Eltern und alle haben das Kindesinn. Sie sagten, du sollst jetzt eine Lehrerstelle suchen und nicht noch 5 Mal wechseln. was du willst. Dann haben wir entschieden, die Bäckerei Kondite gemacht. Das hat mir gefallen. Dann habe ich eine Faszination bekommen von diesen Lebensmitteln. Dann habe ich noch Confiseur erklärt. Im Frick. Genau. Eine der renommierten in der Schweiz, die es gibt. Anschliessend bin ich auf Glattbrock ins Restaurant Runway 34. Da habe ich noch die Ausbildung gemacht aus Koch. Was mich fasziniert hat, was der Bäckere aus einem Ei zubereitet, was der Kondite aus einem Ei zubereitet, was der Confiseur aus einem Ei zubereitet und auch der Koch was er alles aus einem Ei zubereitet. Produkte immer die gleiche, aber ganz unterschiedliche Angehensweisen und Endprodukte, was es nicht gibt. So. Wir haben gerade eine Folgenfrage, Norm. Ja. Wie können wir, oder du in der Küche oder ich bei unseren Workshops auch, sicherstellen, dass wir eine gute Fleischqualität finden und erhalten? Ich glaube, diese Frage haben wir vorhin eigentlich fast schon beantwortet, indem man eben zum Metzger von seinem Vertrauen geht, dass man schaut, dass man mit Schweizerprodukten oder wenn man Spezialitäten aus dem Ausland nimmt, dass man dort eine vertrauenswürdige Quelle sucht, natürlich. Ich persönlich habe inzwischen auch gerne Produkte von der Luma Delikatessen. Das ist übrigens auch eine sehr gute Online-Metzgerei, die man wahr bekommt via Versand oder eben auch bei mir im Laden. Dort findet man sicher immer Top-Qualität. Auch die Produkte aus dem Ausland garantieren sie Antibiotika-Freiheit oder sie garantieren auch, dass das Weide-Rind ist. Die Produkte sind sehr sauber deklariert. Das haben wir auch durch das EU-Recht. Man muss das auch. Somit denke ich, falls die Frage noch nicht zufrieden gestellt und beantwortet wäre, gerne nochmal nachzuhalten. Norman, eine Frage direkt an dich. Bei Granola ob die Butter nur ein Geschmacksträger sei oder ob sie beim Bachen und Rösten einen zusätzlichen Nutzen hat? Die Frage kommt vom Flo. Ja, es hat natürlich einen Nutzen zu rösten. Wie sie zu Nussbutter oder Börn-Osset viele Leute kennen das und haben das vor allem sehr gerne. Und es gibt einem ganz natürlich schon ein gewisses Aroma. Und das ist natürlich auch zum Nutzen von dem. Genau. So, ich rieche das Tartar ein wenig abschmecken mit Salz. Ist das Tartar oder Tatar? Tatar. Oder Beefsteak-Tatar. Das sind immer ganz unterschiedliche. Angehensweise. Tartar ist eine Sauce, die man machen kann. Genau. Ihr seht, jetzt nur Pfeffer und Salz rein gegeben. Jetzt gebe ich noch ganz wenig Berg für. Das ist so eine Schweizer Edition von ähnlich wie ein Tabasco. Da gebe ich ganz wenig hinzu zum Würzen. Ich brauche doch einen Schluck Wein. Größtes, hmmm, würde nicht. Noch ein wenig Größtes Baumnussöl gebe ich hinzu dem Ganzen. Die, die gerne Olivenöl haben, die können ja Olivenöl verwenden natürlich. Oder je nachdem auch das Schnittlauchöl oder Schüssenskrötteröl von heute schon Ich habe natürlich dort immer den asiatisch-japanischen Einfluss gegeben. Ich nehme meistens noch größtes Sesamöl. Das ist auch eine Variante die man dort benutzt. Nachher kann man mit ganz verschiedenen Kräutchen arbeiten. Wichtig ist, dass das Tartar zubereitet. Bei der fette Seite abdeckt und in den Kühlschrank und kurz vor dem Servieren noch einmal abschmecken. Das machen wir dann auch. Das Messen nehmen. So. Dann noch ein bisschen Schnittlauch schneiden. Auf einem Rezept habe ich, glaube ich, ganz verschiedene Kräutchen drauf. Das ist einfach noch ein bisschen ausgeschmacksgebend. Genau. So. Das reicht, glaube ich, Das reicht, glaube ich, Jetzt nehmen wir zwei Portionen, die ich anrichte. So. Gut, komme ich wieder Hunger rüber. Das ist alles. Dann sind wir natürlich dankbar. Die werden in Genuss kommen von dem Menü. So. Das ist Top-In-Ambour-Menü. Die Mühre-Köcheln ist auch schon gemütlich. Ich muss ihn zurückstellen. Auf dem Herd. Damit die Alu-Zelophanfolie abdecken. Gute Frage noch dazu. Was ist unser Lieblings-Essen? Unser Lieblings-Essen? Oh, ich habe einen unerfüllten Traum. Das ist gleich eine Anspielung. Man darf mich einladen. Ich hätte am liebsten, also ein Tiroler Kreck ist ja kein Essen in diesem Sinne. Aber das habe ich mega gerne. Aber so ein Wurst-Kässalat zu einem Gorbomblöden zu. Und ein Dessert ein Tiroler Kreck. Das wäre cool. Okay. Also ich habe das eigentlich auch sehr einfach und schnell beantwortet. Ja, gut, mal es sind vielleicht zwei Lieblingsgerichte. Aber eins ist von der Grossmutter und eins ist von der Mutter. Okay, sind wir fair. Der Hed-Opfel-Gratten von der Mutter und die Hackdätschli von der Grossmutter die meine Mutter aber fast schon wieder besser macht. Fast wieder besser? Von daher absolut das Favoriten von mir. Genau. Aber es sind meistens so die Wertschaften Gerichte, die man vom älteren Haus kennt. Genau, das ist auch der Grund, wieso sie nie Hed-Opfelsalat machen. Weil das Grosse, egal welches Grosse, macht immer die Beste Hed-Opfelsalat als jeder. Schnau-Sauce. Deswegen koche ich ja so etwas nicht. Genau. So Norman, wir sind zeitlich extrem viel am Reden. Aber ich glaube, den Zuschauern gefällt es. Ich habe zwar keine aktuelle Zuschauerzahlen von der Regie, aber... Es ist schwierig, von diesen verschiedenen Kanälen zusammenzutragen. Wenn sie uns noch nicht abgestellt haben, schauen auch noch Leute zu. von diesem her. Bin ich froh. Ja, was ist der nächste Schritt? Wir geben Gas. Wir gehen zur Sauraum-Sauce. Ich hoffe nicht, dass es noch langweilig wird, die Zuschauer. Sonst müsst ihr uns wirklich rückmelden per WhatsApp. Wenn wir das Tempo erhöhen sollen oder nicht so viel Seich leieren. Beim Briefing hat es so ausgesehen, dass wir alles mega schnell hätten. Ja, ja. Es sieht immer alles mega schnell aus. Schnell müde. So, also, Sauraum-Sauce, etwas ganz süffes. Zum Tartar, dann noch etwas Fettiges geben. So etwas Cremiges. Ein bisschen Sauraum genommen. Ihr könnt die Kräutchen reinhacken. Ihr könnt das einfach nur mit Pfeffer würzen. Ein bisschen mit Salz. Und dann arbeite ich ganz gerne bei denen, die schon mal in einem Workshop bei mir waren, mit verschiedenen Pfeffern. Die acht verschiedene Pfeffermüllen in der Küche, in der ich arbeite. Und verwende da ganz verschiedene Pfeffer Pfeffer, gerade soll man sagen, ist eins von drei Produkten, die wir bei uns im Restaurant nicht aus der Kaffee. Der Kaffee wird hier in Solothurn geröstet, von Panos, das ist eine Stadtrösterei. Und die Kaffee-Bohnen werden eingebacken, das ist bei Schweiz, veredelt zu Cuvituren, wo wir dann auch damit arbeiten. Pfeffer. Genau. Ist aber auch ein bisschen bedingt dadurch, dass wir nicht unbedingt in diesen Breitengraden leben oder sein, wo man diese Sachen abpflanzen kann. Genau. Die brauchen gewisse Grundbedingungen. Es gibt so guten Pfeffer aus dem Tessin, der aussieht, als wäre das wirklich spitzen Pfeffer. Aber wenn man dem ganz ein bisschen auf den Grund geht, merkt man, dass es leider doch nicht wirklich so ist und es dann noch mal veredelt wurde. Okay. Genau. Jetzt kann man da auch Watschessen-Sauce oder Sojasauce noch beigeben. Genau. Wie ihr seht, ich koche jetzt auch mit Sachen, die aus internationaler Herkunft kommen. Das mache ich, weil ich sage, es kann ja nicht jedem genau nach meinem Stil folgen. Es soll ja hier für jedem Mann sein. Nicht nur das, was ich sage, sondern man muss auch kreativ sein. So, anfühlt sich die Sauerem-Sauce fettig. Tübe die auch wieder kühlen, bis es zum Anrechten geht. Schmeckt es gut? Ja. Wo kommen wir als nächstes? Danni? Ja, die Liste sagt, Spargel schälen. Spargel? Danni, das kennst du doch du. Das ist cool. Vielleicht machst du es nicht wieder kaputt. Genau. Ja. Also, der Holt. Mühen wir die überhaupt schälen? Kommst du in Stress? Mühen wir die? Ja, jetzt bin ich langsam ein bisschen im Stress. Mühen wir die überhaupt schälen? Nein. Die habe ich heute Morgen von einem Landwirt bekommen, aus dem Soeland. ich habe es auch belägeriert. Genau seit neuestem. Leider hätte er nicht mehr bringen können als die paar wenigen, die wir ins Restaurant zu haben. Die sind wirklich frisch. Man sieht es unten, wenn man sie anschaut. Sie sind wirklich feucht. Man kann da mit den Nagel rein. Sie sind wirklich ganz weich. Die kann man so lassen sein. Spargel kann man roh essen, muss man nicht immer verkochen. Schlimmste ist, wenn man den Brokkoli im Wasser verkocht wird, mit den Spargel auch. Deswegen schäle ich mit dem Sparschälen die Alben über das Ganze reinschälen und mache ein Salat aus dem. Also mit dem Geschalten. Mit dem Geschalten, genau. Oder wir grillen sie so wie wir. Wir grillen sie. Jetzt kann man sie je nachdem mariniere oder nicht. Im Rezept habe ich drauf, was wir mariniere. Wir lösen sie einfach mal so. Wir haben jetzt Saura am Sausen und das Tatar, das mariniert ist. Und wir tun das Salat, den ich schon vorbereitet habe oben drauf. Noch ein bisschen mit Öl. Wenn wir wieder zurück zu den Lieblingsgerichten gehen. Etwas, das ich auch extrem liebe, ist Spargel, einfach ein bisschen Oliven, ein bisschen Flirtissel drauf und dann einfach auf den Grill. Direkt auf den Roche. Und wirklich auch knusprig grillieren. Das finde ich etwas vom Genialsten als Grillbeinlage. Dann geben wir dem Topinambour-Pourriere noch ein bisschen Flüssigkeit noch ein bisschen mehr köcheln. Das würde aber bedeuten, dass wir nächstens zum Grill rausgehen, oder? Ja, noch nicht ganz. Wir sind noch ein bisschen mariniert. Natürlich mit den Händen kann ich das Ding nicht rauf... Ach doch, das geht. Ich kann nicht rauf tun, dass es hier einköchelt. Wunderbar. So, jetzt können wir den Störer rausnehmen. Geht der gerade geholt? Gehst du den geholt? Nehmen wir einfach Haushaltspapier. So, einen ganzen Haufen. Vorsichtig, vorsichtig. Genau, nicht ausleeren. Vakuum-Sack habe ich da schon zuwege. So, Fisch im Wasser. Genau, wieder zurück. Und dann geht dann auch noch ins Wasser. Ja, das hagelt ja Fragen. Hagelt das Fragen? Dann müssen wir noch kochen. Wir versuchen, so viel wie möglich zu beantworten. natürlich. In Vakuum-Beutel geben wir ganz wenig Butter. Butter ist einfach immer gut. Ja, also eine Frage von Timo. Wieso wir Händchen tragen? Wieso? Ich bin ein Fan von Händchen. Aber aufgrund der aktuellen Lage, die Übertragung der Übertragung des Virus ungewollt ist. unserer Zivilisation. Also nicht, dass wir es hätten, aber es ist einfach... reine Vorsichtsmassnahmen. Reine Vorsichtsmassnahmen. Wir müssen immer wieder wechseln, wenn es aufgefallen ist. So. Jetzt nehmen wir den Fisch raus. Sehr langsam auf Haushaltspapier. Dann tupfen wir ihn ab. Abtupfen. Genau. So haben wir die Worte einfällt. Damit wir die überschüssliche Flüssigkeit weg haben. So. Jetzt kommen wir dann schnell zu zwei, drei Geräten, die auch nicht gerade in jeder Küche vorhanden sind, die Normen, gell? Mhm. Die Technik vom Sous-Vide-Gar, auf das gehen wir sicher noch genauer ein. Meine Frage. Gibt es Alternativmöglichkeiten, wenn ich das Gericht jetzt noch kochen könnte, wenn ich die technischen Mittel dazu nicht habe, das genau so zu machen? Das könnte, wenn ihr eine Steamer habt, da könnt ihr meistens auch Sous-Vide-Funktion im Steamer machen. Das würde auch gehen. Wenn ihr keine Vakuum-Maschine habt oder wenn ihr keine Sous-Vide-Geräte und keine Steamer habt, könnt ihr das auch so machen. Da könnt ihr eine vorsichtige Pfanne drinnen braten. Das geht natürlich auch mit dem. Aufpassen, ein Stör ist wie tierisches Fleisch, das kann auch zäh werden. Mhm. Was man eigentlich als Fusser von Fischen nicht so kennt. Und die, die vielleicht Lust bekommen, das Thema Sous-Vide genauer anzuschauen, die Möglichkeit besteht, der Link ist unter unserem Video. Dort findet ihr die Gerätschaften auch bei uns im Shop. Super. Wir wollen niemand aufhalten, sich dort zu bedienen. Möchtest du da mal den Ding zur Störung vakuumieren? Bitte. Jawohl, mach ich. Du hast gerade eine Einladung bekommen, Ormen von Stefan und Franziska. Du bist eingeladen zum Wurst, Kässalat, Cordon Bleu und Tiroler Cake. Und ich weiss sogar, wo sie wohnen. Danke vielmals für die Einladung. Wunderbar. Das habe ich gehört. Du siehst, so einfach geht's. Du musst nur den Leuten sagen, was du willst. Und zum Glück, sie sind nur ein zweiter Höher und ich wäre die dritte Person. Auf Abstand würde das alles wunderbar gehen. Genau. Aber eben, nicht jetzt, Norman. Wir bleiben zu kochen. Nein, auch nachher nicht. Schön warten, bis du darfst. Ja, genau. Nicht gleich durchdrehen. Also vielleicht schnell vakuumieren. Das Gerät, das wir hier im Betrieb haben. Das macht jetzt ein bisschen Mais. Ich weiss gar nicht, ob das alles geht mit den Handschen. Das ist eine Maschine, die ist eher semi-professionell angesiedelt. Das ist der sogenannte Kammervakuumierer. Das Gerät, so kann ich auch Flüssigkeiten vakuumieren und ich bringe ein höheres Vakuum her, als mit den Haushaltsgeräten. Aber grundsätzlich, alles, was man zuhause vakuumiert, reicht es durchaus mit einem Haushaltsgerät zu schaffen. Du bist jetzt am Abschmücken. Nein, noch nicht. Ich bin noch etwas am Würzen. Genau. Und dann mixe ich es. Viele Leute haben immer das Problem, die brauchen in dem Rezept sehr genaue Angaben der Gewürze. Auch. Wir warten schnell, bis unser Schreihals der Tonnen seinen Job gemacht hat. Es kann sich nur um Stunden handeln. Wir haben jetzt gerade das Topinambour-Püree, das wir gekocht haben. Wir nehmen das in einen Mixer, in einen kleinen Cutter, was auch so eine kleine Menge ist. Ich nehme das ein kleines Modell mitgenommen. Zuhause für die Familie machen, wir können jetzt natürlich noch etwas mehr machen. Apropos, Topinambour ist auch noch recht fein, weil das Hedapfel-Püree macht und ein Teil der Topinambour ersetzt. Es gibt auch noch einen besonderen und speziellen guten Geschmack. Also der Fisch ist vakuumiert. Super, ich habe auch schon die Hände wieder. Ähm, jetzt eben die Idee vom Sous-Vide-Garen. Also, wir haben jetzt hier einen Aufbau gemacht, das ist eigentlich nichts anderes, als ein Tauchseider, mit einem Computer dran hat. In dieser Pfanne drin ist lediglich einfach Wasser, das beheizt wird, durch diesen Stab. Also diesen Stab, den kann man in jegliche Behälter reinstellen. Theoretisch in einer Badewanne. Dort mögt ihr es einfach nicht mehr heizen, weil zu viel Wasser drin wäre. Aber, äh, hier habe ich natürlich die Möglichkeit, Moment, schnell noch, jetzt sind wir wieder Mais machen. Entschuldigung. Ich habe natürlich die Möglichkeit, zu speisen, punktgenau auf einer Temperatur zu garen. Also, jetzt beim Fisch eben bei uns bei 49 Grad. Ich tue den rein, gell? Kannst du ihn schon rein tun? Soll ich ihn noch rein tun? Jawohl, dann passiert nichts. Genau. Eben genau, der schlelle Vorteil ist, es ist dort auch ein bisschen toleranter, von der Zeit, in der man etwas garen kann. Ähm, bietet aber auch ganz viele andere Möglichkeiten. Normen, oder? Was erzählen wir unseren Leuten an, am Workshop? Ja, man muss dann eben ein bisschen mixen, um vorwärts zu kommen. Ich hoffe, ihr versteht mich. Versteht ihr mich noch? Ich hoffe, noch einmal weiter mixen. Ja, am Workshop sagen wir alle, um so weit man Sachen vorbereiten, man kann es halbbar machen, man kann 10 Stück, die man schon einmal ein bisschen essen kann im Restaurant. Wir haben mal Kalbsschultern serviert, Rosaprater. Und die machen wir auch bei einem Kochkurs, das ist meistens das Highlight. Ich sage immer, wie der Kalbsfilet gerne hat, äh, esset ihr nie mehr Kalbsfilet, sondern nur Kalbsschultern, weil das wirklich Butter zu hart ist. So, gut, das Püree habe ich gemixt. Genau, das ist schon wirklich ein schönes Püree. Nicht ganz so glatt gemixt, wie mit einem Hochleistungsmixer mit einem bei uns jeweils. So, jetzt müssen wir Gummischabern nehmen. Dann wir das dann sicher abwäschen, damit wir das nächste mixen. Auf jeden Fall schaue ich dir das ab. Das ist sehr schön. Jetzt müssen wir ein bisschen auf Abstand hier zusammen gehen. Eben, ich möchte noch das Thema, das Thema Sous Vide, das brämmt mir immer unter den Nagel. Wir haben ja auch einen speziellen Workshop hier im Angebot. Mhm. Dort würde ich eigentlich immer auch gerne darauf hinweisen, Sous Vide ist nicht nur zum Kochen hier. Es bietet ja auch andere Möglichkeiten. Also, schlussendend kocht man schon immer, aber was kann ich machen? Was? Muss ich es gleich essen? Gibt es hier Varianten? Nein, man kann sehr viel vorbereiten. Das ist eben das Gäbige im Sous Vide garen. Man kann sehr viel vorbereiten. Wenn man vor allem ein Familienfeststör hat, jetzt momentan fallen die natürlich aus, aber irgendwann darf man die wieder. Dann kann man die Sachen vorbereiten. In der Langzeit, wenn man nicht so lange in der Küche stehen will, kann man Sachen garen und weich schmoren. Das sind auch andere Farbe, wenn nicht immer das klassisch geschmorten. Dann kann man ganz verschiedene Sachen machen. ja, das ist so. Oder was machst du am liebsten im Sous Vide, Tani? Jetzt habe ich mich um das Haar geschnitten. Wie? Jetzt habe ich mich um das Haar geschnitten. Hast du die um das Haar geschnitten? Ja, pass auf, ich brauche die und die Mixer noch. Wo war sich die Frage stellt, was brauche ich gerade mehr? Könnt ihr von das Haar geschnitten? Das Püree ist fertig. Das Püree Mit dem Topinambour-Püree kann man ganz einfach eine Topinambour-Sauce machen zum Fisch. Das ist jetzt wieder die Pfenni, wo wir schon die Milch hatten. Dann versieren wir etwas von Tani und geben die Cappuccino-Milch. Dann geben wir ein wenig Milch rein. So. Ich gebe hier ganz wenig von diesem Püree rein, ein Löffel. Vielleicht ein wenig mehr. So. Dann kann ich es mit dem Schwingbesen aufrühren. Und dann kann man es leicht aufschäumen dort zum Anrichten. Schwingbesen sollte das Apparate angelegt haben. Genau, das habe ich. So. So. Das muss man natürlich, wenn man jetzt wieder Flüssigkeit nachgeht, wieder abschmecken. Du machst das super, Tani. Du hast es nicht kaputt gemacht. Hast du es nicht kaputt gemacht? Nein, nein, nein. Das kann man dazu. Du hast heute schon etwas kaputt gemacht. Nein, nein. Aber hier sind wir auch der Quelle dieser Produkte. Genau. Ich habe vorher sogar herausgefunden, dass man das Ding auch bei uns kaufen kann. Das ist gut. Von euch habe ich es ja. Also eigentlich überzeugend. jetzt gehen wir an das Bärlauch-Best. So, jetzt ist Bärlauch-Zeit. Die, die jetzt hier draußen waren, haben es sicher geschmückt oder gesehen. Viele, die ich auf dem Velobi sah, ist es mir aufgefallen und sie haben auch einmal gesammelt. wie wir schon gesagt haben. Bärlauch. So, wie man ihn kennt. So, wie man ihn kennt. Den haben wir gewaschen. So, das Messer einsetzen. Bärlauch, das könnt ihr eigentlich so in den Mixer rein tun. Hier habe ich noch ein Rezept gemacht. zum Bärlauch-Paguette. Aber ich finde, da braucht es nicht unbedingt ein Rezept dazu. Sondern das kann man handgelenkt mal pie machen. Apropos pie. Wir haben hier noch pie Kernen. Viele sagen jetzt, die müssen wir rösten. Ja. Für ein Spesto würdet ihr auch rösten. Bei mir mache ich so ein Bärlauch-Paguette und gebe es dann noch auf das Green Egg. Dann rösten wir es dort von der Hitze her. So. Im Ganzen kommt natürlich noch ein wenig Öl dazu. Sonnenblumenöl. Jetzt wirklich so eine feinseitvolle Olivenöl. Ihr könnt gerne Olivenöl nehmen. Immer ganz nach dem Geschmack. Genau. Ich gebe immer noch ganz wenig Rosmarin und Thymian bei. Weil es eigentlich geschmacklich noch cool finden. So eine Ergänzung. Rausen schmecken effektiv tut man es nicht. Aber es gibt immer noch so ein wenig mehr Wumse. So. Pfeffer und Salz. Jetzt habe ich noch Käse mit gröblichen Sprints. Das habe ich noch im Kühlschrank die ich auch noch dazugebe und mitmixen. So. Ganz wenig Bäre geführt die ich wieder hinzu. Zum Abschmecken dem Ganzen. Wunderbaren. Der Käse natürlich noch. Dani, hast du wieder Fragen? Ja. Eini, Anni. Es ist wieder eine Frage aus dem Fleischsegment. Fleischsegment? Ja. Es ist eine Frage von Beat. Er fragt, Tendenz zu spüren sei, dass für mich Teile von dir verwendet werden, die man heute oder früher eher gegessen hat. Die sogenannten Second Cuts. Ist ja auch bei euch ein Thema in der Küche, dass ihr euch auf Teile konzentriert, die man bisher nicht mehr so gebraucht hat. genau. Unbedingt. Und eben auch mit so Garment oder wie so weit kann man das recht viel attraktiv machen. Schmacklich und vor allem konsistenzhaft. Nebenbei noch ein bisschen mixen. Und genau der Trend ist natürlich nicht nur bei unserer Gastronomie sondern auch im Haushalt. Unterdessen. Ja. Ganz ehrlich, ich kann schon weiter mixen. Es ist auch ein Platt entklemmt. Ganz ehrlich, vom Rind gibt es zwei, drei Stücke, die wahrscheinlich niemand wirklich kennt. Das finde ich die besten Stücke. Also, habe ich lieber einen Outside-Skirt als viele. Spannend ist, dass es jetzt so Second Cuts haben, die Preise aber erreicht wie die Edu-Stücke. Das ist das Erstaunliche. Wenn man so bedenken, das Kalbs-Kopf-Päckchen. Ja, das ist so um Weihnachtszeit etwas recht delikates. Es kommen immer wie mehr Fragen. Gut, also unser Bärloch-Pesto oder unser Baguette des Heimür. Schauen wir, wo wir hier sind. Genau. Jetzt können wir hier nämlich das Brot schon schneiden. Das Bärloch-Paguette. Untersetzelchen. Eben, wenn die Zeit das zulassen würde, dann würdest du mit einem Sauerteig-Gas anzupacken? Ja, das machen wir auch. Die, die bei uns schon mal essen, hoffentlich bei uns bei uns zu essen, zum Beispiel einem Artist. Dann wissen sie, dass wir das Brot-Buffet servieren, in einem Buchladen. Wir sagen nicht nur ein Artist, wir sind es auch. Und dort haben wir auch verschiedene Sauerteigbrote, die ich damals, vor ein paar Jahren, in den Ausbildungen selber anzüchten. Genau. Viele geben ihren Sauerteig-Namen. Meine sind auch namenlos. Solltest du das mal nachholen? Oder sind sie noch zu jung? Warum mit einem Sauerteig-Namen? Ja, dass man die Emotion hat, weil man sie alle Woche pflegen muss. Wenn man in die Ferien geht, dann muss man eine Sauerteig-Gottie haben, die dann einmal in der Woche auftröschen. Und wenn man das nicht macht, dann stirbt. Das ist viel Arbeit und dann flöten. Da haben wir ja auch mal angesetzt, dass man einen Workshop zum Thema Brot machen könnte, oder? Das wäre etwas, unbedingt. Brot interessiert die Leute immer mehr. Es ist auch ein Handwerk, das man oftmals vergisst, es ist schön, dass gestern der Bundesrat das noch erwähnt hat, dass die Lehrabschlussprüfungen, unter anderem bei den Bäckern, Konditor- und Kofi-Söhren praktisch in den Betrieben darf durchgeführt werden. Genau, schon nicht selbstverständlich natürlich. So, jetzt hier das Brot, das ich von den Ältern in der Bäckerei mitgehe, Das Papayas, genau. Das Römerkaffee habe ich hier, ein paar Schiebeln geschnitten. Dann noch eins, zwei mehr. So, gut. Jetzt haben wir hier Alufolie. Jetzt haben wir hier nur so kleine Alufolie, habe ich festgestellt. So, wie man hier Backpositives macht. ins Aussenstudio, ich gehe schnell kontrollieren, was unser Grill macht. das ist gut. Jetzt nehme ich die Alufolie. Das sieht wunderbar aus. Dann nehme ich einen Löffel oder einen Spachtel. Jetzt nehme ich auch einen Löffel, gar keinen Spachtel. Dann können wir hier unser Bestes ausstreichen. Die Grill ist in Ordnung. Ist das gut? Ja. Super. Katharina hat noch gefragt, anscheinend ist das Buch recht viel im Bild. Ja. Du meinst Hörtchen, erzähl mir etwas. Oh. Hörtchen, das ist das Buch. Genau. Das sieht man hier im Bild. Das bin ich ganz stolz. Ich durfte mit 23 Jahren ein Buch mit schreiben. Die Mathes Verlage, das ist einer der grössten Fachbuchverlagen in Europa. Okay. Das ist der grösste Fachbuchverlage in Europa. Die haben mich angefragt. Sie suchen fünf hervorragende Patissiers und Konditoren für dieses Buch. So ein bisschen moderne Törtchen zu machen. Das ist das Fachbuch. Das haben wir dann gemacht. So dachte ich, jeder macht so 15 Kreationen. Easy. So zwei Tage oder so. Genau. Das ist ein bisschen lang geworden, habe ich gemerkt. Ich war fast einen Monat daran beschäftigt. Wie es ein Buch reif war, mit den ganzen Texten und und und. Das habe ich gar nicht gekannt, bis ich anhand. Ich habe mir gedacht, das geht ja schon. So etwas köcheln. Das geht. Dann sind wir auf Mannheim. Also so wie heute, gell? Genau. So easy going. Bis man merkt, da ist noch etwas mehr hinten dran. Eines muss ich dann herabschneiden. Dieses Buch haben wir erkannt. Nach 2018, im November, ein Tag nachdem ich von der Kochweltmeisterschaft kam, kam es auf den Markt heraus. Und kurz darauf sind wir vom Literaturischen Verband GAD auszeichnet worden an der Weltbuchmesse in Frankfurt zum weltbesten Dessertbuch 2019. Gratulation. Genau. Das ist für mein jungen Alter schon rechtes Highlight. Genau. Du hast etwas erwähnt. Kochweltmeisterschaft. Ich weiss, du hast auf vielen Wettbewerben mitgemacht. Ich habe mich zusammen in mir genommen. Tue das bitte mir. Einfach schnell rekapitulieren. Ah, nur mit dir? Ah, Dani, hör mir doch mal zu. Genau. Ich durfte bereits in meinen jungen Jahren ganz viele Kochwettbewerben bestritten. Ich durfte viereinhalb Jahre als Teamchef der Schweizer Juniorenkochnationalmannschaft arbeiten. Ich durfte tätig sein, wo wir international verschiedene Wettbewerben gekocht haben. Ich war alleine bei den Jüngsten, der sich in den Top 10 der besten Patissiessen von Europa 2015 geschockert hat. Das sage ich auch. Patissiessen mit Jockey. Ich bin zu den neun besten Kochen gehört und mit 30 von Rolling Pins 2016 auszeichnet. Also, handlos. Dann bin ich in Vize Olympiasieger geworden mit der Mannschaft. Dann kamen wir zweimal Gold an Olympia. 2016, 2018 habe ich Vize-Weltmeistertitel und Europameistertitel. Wisst ihr, was das Beste ist? Die können zu ihm essen. Wenn er wieder offen ist. Ja, das machen wir offen. Alle herzlich willkommen. Wichtig ist reservieren, denn unsere Plätze sind beschränkt. Also, die Packungen sind fertig. Die sind nebenbei gesehen. Und jetzt gehen wir raus zum Green Egg. Geht es dort auf das Green Egg. Die, die Tanik kennen, die wir kennen, wissen, bei uns geht eigentlich alles über das Green Egg. Und jetzt gehen wir raus. So, gehen wir raus. Hier haben wir auch eine passende Frage dazu bekommen. Aber die gehen wir nachher schnell anschauen. Ich muss auch ins Aussenstudio. Das ist wie bei Wettengass. Ich hätte das schon lange mal wollen. Nachher so ins Aussenstudio schalten. Das finde ich super. Das heißt, Jokko und Klaska sind direkt gegen uns. Big Green Egg. Das ist ja für uns beides Thema. Für mich seit 2013 eigentlich als Händler. Egghead, Spinner und wirklich unendliche Fan von diesem Kochgerät. Ich glaube richtig gesagt Kochgerät. Also du siehst ja auch die verschiedenen Möglichkeiten, die das Ding bietet. Das nützt dir ja extrem viel, oder? Ja, eben. Ich meine, Holzkollegrill ist ein Holzkollegrill. Aber das Green Egg, das ist einfach wirklich das Green Egg. Man kann... Ja, jeder denkt an einem Grill, da kann man Fleisch braten. Aber was macht es für dich, die Krofi-Küche? Was macht es dort spannend? Erstens schon nur die Qualität des Produkts an sich ist schon mal... Da kann keiner dran kommen. Man kann backen, man kann schmoren, man kann grillieren, ganz klassisch. Wir haben schon Apfelstrudeln innen gebacken gehabt. Wir haben Wannelsauce schon drauf gemacht. Jetzt mit den neuen Einsätzen. Man kann sogar Wok rein setzen. Brot backen, Pizza, Flammkuchen... Wenn man die Eierlinge, den Wollmilchsau, in der Küche finden müsste, dann wäre es leider nicht du, Dani, aber dann wäre es das Green Egg. Ja, also für mich ist es ja... In diesem Sinne, ich koche allgemein gerne mit Feuer. Ich koche auch gerne mit offenem Feuer. Aber das ist ganz anders zu arbeiten. Ich sage den Leuten auch immer, die zu mir in die Beratung kommen, das ist wie ein zweiter Backofen. Also ich habe die Möglichkeit, alles, was ich zu Hause im Backofen machen kann, kann ich hier drin auch machen. Ich kann es aber auch als Grill brauchen, ich kann es auch als Pizzaofen brauchen. Extrem spannend. Was ich aber auch spannend finde, ist eigentlich die Community, die sich gebildet hat. Wir haben es vorhin kurz thematisiert... Kommen wir rein? Kommen wir rein? Nein, nein. Wir können weiter kochen. Also gut, los. Ich habe es vorhin thematisiert, die Geschichte mit der Flavor Fair haben wir angeschnitten. Flavor Fair ist natürlich ein Anlass, welches einesgleichen sucht um ein Produkt. Ich habe dich gesagt. Das ist so. Du kochst ja dort an und auch. Also vielleicht den Leuten schnell zu klären, die, die es nicht kennen, das ist ein Street Food Festival, nur um Big Green Egg. Genau. Und verschiedene Gastronomen, Gastrobetriebe kochen dort auf ihrem Big Green Egg, den sie auch in der Küche nutzen. Ich finde das ein wunderbarer Anlass. Ich bin schon dreimal auf Holland an die europäische Flavor Fair gegangen. Dort gehen teilweise bis zu 3000 Leute runter. Einmal haben wir sogar unseren Anhänger da drauf gekarrt, mit drei Big Green Egg drauf, um selber mitkochen. Das war eine relativ lustige Übung. Aber du hast ja dort auch, du hast dich auch herreissen. Die hat das auch gepackt. Und du findest auch diese Community cool. Ich kenne kein Gerät in der Küche, das so viele Leute versammelt. Es ist wirklich eine Community. Und v.a. das ist cool, wir Spitzenköche versammeln sich dort. Die Hobbyköche, die Hobbygriller. Und die, die es werden wollen, treffen sich auch dort. Es ist wirklich über Generationen vom kleinen Buben oder Töchterchen bis wirklich zu den Senioren ist wirklich alles. Und jeder kann mit dem grillieren, wenn man es draussen hat. Gut, dann haben wir auch die Frage beantwortet, wieso genau das Big Green Egg und nicht andere Grills in den Profikuchen zum Einsatz kommen. Also wenn man vom Grillen allein spricht, hast du ja auch noch andere Produkte im Einsatz. Oder du arbeitest auch mit offenem Feuer. Genau, ich arbeite viel mit dem Feuerring zusammen. Also der steht draussen, der steht dann nicht immer im Restaurant. Sondern draussen wird die Gäste bei uns das Abbüro nehmen. Das werdet ihr sicher sehen, wenn man auch bei uns vorbei kommt. Darf man sich auch da dringend umgehen. Sonst machen wir so ein Feuer auf Flammen, so ein neues Restaurantkonzept, wo wir auf hoffentlichem Feuer kochen. Für Gäste etwas draussen und nicht am Chefzebel sitzen möchten. Und dann machen wir auch noch viel auf japanischen Grills. In der Schweiz haben sie die im Margoni Grill. Das ist ein Thema, das ich bei mir jetzt anschaue, wenn wir wieder öffnen dürfen. Das ist sehr spannend. Die brauche ich noch recht viel. Das ist noch cool. Wir sehen, wir müssen es erklären. Wie sieht die aus einer Badmannen. Aus Schamottsteinen. Mit einem dünnen Gitterrost oben drauf. Wo wir das so drauf grillieren können. Und machen. Genau, ganz krass. Das ist ein japanischer Küche mit Schweizer Produkten. So, das Tartar kommt. Genau. Wunderbar. Dingsi draussen. Brötchen. Das müssen wir dann noch nachher abschmecken. Das heisst, du darfst jetzt das Tartar nochmal abschmecken? Ja, das müssen wir noch abschmecken. Vorher habe ich es nicht probiert. Sondern ein bisschen nachgefüllt. Das müssen wir mal probieren. Das Fleisch ist immer nachher. Mh. Du musst jetzt sicher noch ein wenig Pfeffer dazu geben. Da haben wir sicher zu wenig. Ganz wenig Salz. Das muss noch leiden. Ein bisschen mischen. Eben das mit dem Würzen. Das ist ja, was ich vorher auch anschneiden wollte. Viele Leute haben ja Mühe mit dem einfach mal zu würzen. Ja, viele Leute haben Respekt. Ja. Ich würde immer als oberstes Limit geben. Die Leute, die mich kennen und wissen, wie ich koche. Die wissen, wie wir kochen bei uns besser gesagt. Ich bin ja nicht alleine, der kocht. Sondern wir sind das ganze Team. Wir gehen immer geschmacklich und mit den Würzen zurück bis ins Limit. Okay. Und dort ist eigentlich das meiste Erlebnis, das man so geniessen kann. So, das lassen wir geschwimmen. So, noch einmal. Jetzt würden wir draussen die Spargel grillieren. Ist das gut, Dani? Dann bauen wir das Green Egg um. Nein, wir müssen noch schnell etwas anderes anschauen. Was wollen wir denn noch an? Wir haben den Grill noch besetzt. Wir haben den Grill noch besetzt. Also ich habe dir auch das zweite angeführt. Ah, weil es noch auf Indirekte ist natürlich. Genau. Die Thematik, direkt, indirekt. Wollen wir das den Leuten erzählen? Oder zeigen wir es draussen? Wir zeigen es. Wenn wir es wechseln, oder? Genau. Dann gehen wir geschwinkt raus zu den Green Eggs. Ja, können wir machen. Dann gehen wir draussen und kochen. Und dann können wir es den Gästen zeigen. Ist das gut? Dann gehen wir die Spargel grillieren. Also. Die nehmen wir mit. Wir würzen sie nachher. Und nicht jetzt schon vorgängig. Wie gesagt, man kann die ganz verschieden mariniere und machen. Ganz unterschiedlich. Haben wir noch eine Frage? Können wir mit draussen nehmen? Ähm. Moment. Ich komme gleich etwas von der Regie über. Sie wollen uns dann auch noch etwas sagen. Wollen sie uns auch noch etwas sagen? Sie haben Hunger. Haben sie Hunger? Aha. Nicht nur sie. Ich auch im Fall. Ist gut. Gehen wir sie raus und grillieren. Moment schnell. Nimmst du noch eine Grillzange mit raus? Ich bringe sie uns dann gleich. Kurzer Moment schnell. Ähm. Grillzange haben wir die bereit gemacht. Mann, das sieht ja richtig lustig aus bei euch. Ich freue mich schon, das nachher zu kochen. Aber Norman und Daniel, es hat ja nicht jeder Kunde so einen riesen Platz für eine so grosse Insel zu Hause. Und in diesem Zusammenhang fällt mir gleich eine Geschichte ein. Daniel, die möchte ich dir unbedingt erzählen. Ich hatte einmal eine Kundin. Sie kam zu unserer Ausstellung. Sie hat sich unsere Ausstellung angeschaut. Und sagte zu mir, sie hätte eigentlich schon gerne eine schöne Küche. Aber ihr hat mir gesagt, das geht leider nicht. Ich habe damit etwas geredet. Ja, warum geht es denn nicht? Ja, es geht einfach nicht. Ihr Kollege hat schon gesagt, das geht nicht. Und der Architekt hat auch gesagt, das geht nicht. Ihr Raum sei das klein. Und ihr sagt mal, unabhängig von dem, was man ihnen schon gesagt hat, erzählt mir doch mal, was eure Traumküche ist. Was ist euer Wunsch? Was möchtet ihr gerne realisieren in eurer wunderschönen Küche, in eurem schönen Heim? Jetzt haben sie es erzählt und sie hat das aufgenommen und aufgeschrieben. Und wir haben mit unserer langjährigen Planungserfahrung eine geniale, geniale Planung gemacht. Und die Frau ist überglücklich und ist happy, wenn ich dir jetzt sage, Daniel, die hat heute die Kundin eine genial, schöne Insel, ihre neue Küche und ist absolut happy und kocht jeden Tag und ist glücklich. Und das möchte ich euch schon sagen, Mann, dort im Studio. Es muss ja nicht immer so eine riesige Kücheinsel sein. Es geht auch kleiner. Ich denke und ich weiss, dass du das kannst. Ich weiss, dass du Profi bist in allem umzusetzen. Egal, wenn ich gekommen wäre und gesagt hätte, ich brauche einen Meter auf einen Meter-Koch-Insel mit allen Funktionen. Ich bin überzeugt, du hättest das geschafft. Aber ich bin ja nicht gekommen und habe gesagt, ich wolle so eine Mini-Insel. Sondern ich habe gesagt, ich wolle den Rolls-Royce. Weil wir wollen da hinten richtig arbeiten können. Ich möchte eigentlich noch schnell zwei, drei Worte zu dem Monster, das hier steht, verlieren. Wenn man das anschaut, ist allein nur die schiere Länge dieser Kücheinsel. Sie sind fünf Meter, mal zwei Meter breit. Sie sind wirklich nur die besten Geräte drinnen verbaut. Die Zusammenarbeit mit Theo ist eigentlich so zu Stand gekommen, also mit Design-Küchen in Niederbib, dass ich einen Küchenbauer gesucht habe und ich eine Küche wollte. Und der Küchenbauer sucht immer einen Showroom, der viel Frequenz ist. Und so haben wir uns gefunden. Nichtsdestotrotz, ich habe natürlich den Theo auch von der HESO gekannt. Ich glaube, alle, die zuschauen oder auch die meisten, kennen seinen HESO-Stang. Einer der eindrücklichsten HESO-Stangen, den ich bis jetzt gesehen habe. Jedes Jahr immer wieder von Neuem. Aus diesem ganzen Konstrukt heraus, hat Theo angefangen zu zeichnen. Und ja, ihr seht es. Wenn man hier ringsum läuft, allein schon nur die beiden monströsen Backöfen vor. Ich habe gerne grössere Stücke Fleisch, das wissen auch die Leute, die mit mir schon zu tun hatten. Das passt hier doppelt ein. Also ich muss es in der Mitte halbieren und dann kann ich zwei Teile machen. Wir haben hierher mein wunderbares Espresso-Equipment integriert bekommen. Also, grandiose Arbeit von diesen Küchen, muss ich sagen. Leider konnten wir hier hinten keinen Grill einbauen, sonst müssten wir in der Lade noch eine Woche putzen. Darum gehen wir jetzt raus grillieren. Super. Bist du dabei? Komm mit. Und ich gehe voraus. Ich kann wieder ins Ausserstudio. Jetzt umkonfigurieren. Wir haben vorhin von direkt und indirekt Normen gesprochen. Genau. Ich würde das kurz schnell übernehmen. Einfach, dass wir lange aus dem Weg gehen. Ich muss jetzt schnell diese Händchen abziehen, sonst komme ich nämlich nicht in die anderen hinein. Das ist ein bisschen das Problem. Halbzahle Händchen. Ihr seht jetzt hier, kann ich auf einer Brätsche eigentlich die indirekte Konfiguration herausnehmen. Das bedeutet, dass der Stein, der hier drunter ist, dass ich ihn entferne und wir jetzt direkt Glut drinnen haben. Und dass wir hier mit dem Gussiserost arbeiten würden, also direkt über der Glut. Ich muss jetzt leider schnell ein wenig nahe an der Kamera vorbei, weil der liegt noch hinter der Kamera. Das haben wir ein wenig verpasst beim Aufbau. Aber ich bin ja zum Glück noch halbwegs beweglich. Noch. Voilà. Gussiserost ist drin. Jetzt haben wir die direkte Konfiguration. Also jetzt kannst du, Norman, mit dem Spargel starten. Jetzt geben wir dem unten noch etwas Luft, damit die Hitze noch schneller kommt. Genau. Das ist die Idee, wie man das Gerät nachher steuert. Mehr Luft, die durchzieht, gibt auch höhere Temperaturen. Wenn wir mit Plastik händische grillieren, passen wirklich auf. Das ist nicht ganz unfärbar. Genau. Wie ihr jetzt gesehen habt, die Spargel einfach auf den Gussiserost, ohne Öl, ohne Salz, ohne nichts. Das gibt ein wunderbares Ergebnis. Norman ist jetzt so frech und gibt dann auch noch etwas Hitze hinten rein. Wunderbar. Wie lange hat das jetzt etwa da drin? Ja, etwa 2-3 Minuten. Wir warten, glaube ich, gleich an. Und wenn man das jetzt auf dem Backofen applizieren würde, was würdest du auf die Temperaturen einstellen? Und wie würdest du den Backofen einstellen? Den Backofen würde ich mit der Grillfunktion einstellen. Ich würde es auf das Backblech legen, würde es ein bisschen mariniere mit Öl, unterschiedliche Krüter, und dann mit der Grillfunktion mal 3-4 Minuten. Es kommt immer darauf an, was für ein Ofen es ist. Wo tut man es dann auf welche Schiene rein, wie alt ist er, welche Stromleistung hat man. Da kann man jetzt genau in der Zeit auch auf dem Green Egg. Manchmal haben sie 4 Minuten, manchmal haben sie 2 Minuten, manchmal ganz unterschiedlich. Ja, ja. Aber schlussendlich kannst du, wenn du in ein Rezept schreibst, 200 Grad auf dem Backofen, das kann ich auch auf dem Eck. Das kannst du an und für sich genau 1-2-1 übernehmen auf das Eck. Und da kommst du eigentlich immer zu tollen Ergebnissen. Ich gehe ganz kurz schauen, ob wir eine Frage haben. Ich glaube, ich habe ja noch etwas in der Reserve. Das ist gut. Man sieht die Temperatur, dadurch, dass ich unten den Luftschieber auf die Hand habe. Und oben. Jetzt raucht es natürlich nicht. Jetzt würde man sehen, wie hier die Hits abgeht. Man sieht die Temperatur schon von 100 auf 150 Grad gestiegen ist. Ich schließe mal auf. Jetzt krelle noch nicht viel farblich. Also ich habe eine Frage. Es hat zwar nicht viel mit dem Grill zu tun. Ich komme für eine Antwort. Ja, ich gehe fast davon aus. Es ist eine Frage, die wieder mit dem Sauerteig zu tun hat. Juhu! Und zwar, was ist der wichtigste Punkt, zum Starten, als man das richtig herbringt? Zeit! 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 Und Geduld und Versuch! Genau! Ja, also klappt, wenn man das Grundkonzept weiss und versteht, wenn ein Sauerteig hergestellt oder angezüchtet werden muss, geht das gut an. Man muss wirklich zehn Tage bis eine Woche Zeit nehmen. Und am besten machen wir das im Hochsommer, wenn man warme Temperaturen, viele wilde Hefe, die in die Luft herumfliegt. genau, wenn man eine gute Säurebasis hat. Kannst du das Grundprinzip kurz erklären, wie man es ansetzt? Einfach nur so, als ob man eine Idee hat. Also, ein Sauerteig setzt man an, dass man einen Saft nimmt, von einem gesäuerten Saft. Wir haben jetzt fünf verschiedene Sauerteige bei uns. Genau, verschiedene Mehl, das sind Dinkel mit Roggen, verschiedene Sauerteige mit Weizen. Und dann haben wir ganz verschiedene Fruchtsäfte genommen. Wir haben Sauerkrout ausgespresst und den Saft von dem genommen, aus dem Roggen Sauerteig genommen. Das geht um die Säure zum Starten? Zum Starten. Wieso müssen wir die Säure haben? Wir haben auch andere gemacht, mit Beeren, mit verschiedenen Brom- und Himbeeren, die wir genommen haben. Aus Flüssigkeit anstelle Wasser. Die haben wir genommen, dass wir die wilden Hefe, die in die Luft herumfliegen, dass die auf den Teig gehen. Mhm. Weil die haben das gerne. Und nachher den Nährboden, der Nährboden der Hefe ist eigentlich nachher das Getreide. Das ist eine Stärke, die sie verarbeiten, die sie auffressen. Das kann sich dann ein Hefe bilden. Und die, ihr müsst euch vorstellen, unter einem Mikroskop oder Science-Fiction mässig, Comic mässig, wären das alles so kleine Emojis, die am Fressen sind. Und denen muss man immer wieder neue Nahrung geben. Und die müssen... Und am Anfang geht das ganz lang. Und dann geht das von Tag zu Tag ganz schneller, wo dann der Hefe den Teig wirklich aufbleibt. Weil die Hefe beginnt zu arbeiten. Sie beginnt dann ihre Gase zu produzieren. Und die Hefe beginnt dann eben wie ein Hefe. So kann man einen Sauerteig anzüchten. Und dann kann man dem Kühlschrank in einem geschlossenen Gefäß aber darf nicht vergessen, dass dann alle Woche wieder Nahrung braucht. Und darum kann er auch sterben. Genau. Deshalb kann er auch sterben. Also sterben in dem Sinne verhungern. Also qualvollen Tod, sage ich jetzt mal. Aber ist das auch ein Fermentationsprozess oder ist das dort irgendwo einzuordnen? Das ist auch dort auf eine Art und Weise einzuordnen. Das ist auch ein Thema, das für mich immer wie mehr nach einem Workshop schreien. Und das ist ja sehr, sehr umfangreich. höchst interessant. Aber für das Hei ist es recht schwierig umzusetzen und recht aufwenden. Das Experimentierfeld. Genau. Weil man Freude am Kochen hat und solche Sachen kann man sicher sehr gerne machen. So. Jetzt ist die Gruppe richtig heiss. Die Spargel nehmen langsam Farbe an. So soll es sein. Ein bisschen Röstearoma. Wunderbar. Ich muss nachher schauen, ob ich etwas waschen kann. Vielleicht bringe ich noch eine Frage mit raus. Ich bin überzeugt, Ich glaube, wenn wir es jetzt nachher kommen, nämlich. So. So. Da hat einer gut abgewascht. Wie eine Mohren, 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 Mohren. So. Jetzt kommt der Schade. Sauber ist es. So. Also. Jetzt nehmen wir die Spargel. Mit den Traps. Jetzt sind die Drogen ausgegangen. Salz und Pfeffer dran. Dann können wir es einfach schon anrichten. Dann haben wir schon unsere Vorspeise. Dann geht es ja schon bald weiter mit dem Hauptgang. So. Ich habe ein zweites Tableau. Dann nehme ich die hier oben drauf. Passt alles drauf? Oder musst du eins holen? Gut. Das Beste. Jetzt kommt Schluss auf das Gleiche. Warte. Dann kannst du das Brett wieder freimachen. Aha. So. Dann kannst du es wieder nutzen. So. Jetzt sind wir in der Küche. Wieder zurück. Hoffentlich bringt ihr dann noch das Schneidbrätchen. Wir haben das Tartar. Und hier in zwei Tauer. Vielleicht seht ihr es hier. Da haben wir einen Ring reingelegt. Jetzt halbieren wir die Menge in etwa halbieren. Dann brauche ich noch ein Schneidbrätchen. Ja. Ich kann dir das gleich geben. Es ist aber leicht warm. Und die Sauurrahmsauce unten, die wir gemacht haben. Die Creme. Die nehme ich auch noch. Das ist nicht so warm. So. Jetzt gehen wir hier in den zweiten Tauer. Ah, das hättest du mir auch noch sagen dürfen. Also Servierringen haben wir auch. Aber die sind jetzt nicht in dieser Kategorie beim Shop. Oder unten könnt ihr draufklicken. Saurahmsauce. So. Voilà. Genau. Gut. Saurahmsauce haben wir auch. Wunderbar. Dann bringt mir das schon alles zu. Jetzt noch ein wenig aufrühren. Genau. Wir haben wieder eine Fragenorme. Ganz fein ein wenig drüber. Dass wir das ein wenig auf dem Saurahm haben. So. Es gibt einem einen ganz coolen Geschmack. Ja, Daniel. Wir haben eine Frage. Es fragt jemand. Ich habe leider gerade keinen Namen dazu. Vielleicht kommt der dann auch noch hinterher. Ähm. Wie würdet ihr in der Haute Cuisine, in der oberen Küche... Könntest du mir noch ein kleines Messerchen geben? Wie würdet ihr eure Menü zusammenstellen? Oder auf was achtest du, wenn du ein Menü, ich sage jetzt mal, komponierst? Was sollst du? Ein Kochmesser oder ein kleines? Ja, ein kleines. Das Allzweckmesser wäre wunderbar. Wie würdest du diese Menü zusammenstellen? Die Menüs, die sprach ich immer mit unseren Landwirten. Dort telefoniere ich mit den Landwirten. Mit der Familie Jakob z.B. Und schlachtet das nächste Mal ein Zebul-Rind von euch. Jetzt haben wir gerade gegessen. Die haben wir gerade bekommen von ihnen. Die sind jetzt zwischengelagert. Kalt. Damit können wir diese noch zubereiten auf dem Feuerring. Und planen. Was gibt es natürlich saisonal. Dieses Jahr sind jetzt viele Sachen früh. Sicher. Nachher. Momentan. Wir hatten ein Menü, gerade ein neues. Wir mussten sie auf das Warp-Stell-Gleis legen. Weil wir sie natürlich nicht kochen können. Und bis wir sie eröffnen können, wird andere Sachen Saison. Und dann versuchen wir sie so zu verwenden. Spannend. Aber das ist jetzt mehr die Saison. Sicher saisonal. Was sind für Rohstoffe zur Verfügung. Gerade bei euch im Konzept. Aber wahrscheinlich zielt die Frage vom Gast oder vom Zuschauer mehr darauf ab. Wie dir das zusammenstellt vom Pairing, von den Aromen. Du kannst ja nicht alles miteinander servieren. Nein. Eben kann man nicht alles miteinander servieren. Aber meistens mache ich so einen Ideen-Katalog. Also stelle mir mal mein Menü zusammen. Wie ich es gerne hätte. Das neue. Und du das unseren Köchen, unseren Kulinarischen Artisten präsentieren. Dann kommt meistens eine Einwand. Wo es ihnen nicht ganz alles passt. Dann besprechen wir dann gemeinsam, was sie anders machen würden. Oder andere Ideen, Inspirationen, die sie haben. Die nehmen wir natürlich auf. Und die versuchen wir dann umzusetzen. Und am Schluss gibt es eine ganze Teamarbeit. Die wir hier machen. Also sehr viele Teamarbeiter das miteinander absprechen. Bedingt ja aber auch die Kenntnis, welche Geschmäcker passen zueinander. Genau. Das sind so Grunddinge, die wir uns drin haben. So wie Musikers Absoluten gehört haben. Da haben wir halt so Geschmäcker, die wir bei uns drin involviert haben. Aber das kann jeder trainieren eigentlich, oder? Das kann jeder trainieren. Es gibt so Kits. Für Sensorik, für Wein oder Kaffee. Genau. Das kann man trainieren. Oder vieles so, wenn mir jemand etwas erzählt, ein Gericht. Ja, weisst du, das habe ich mit diesem Kräutchen, mit diesem Hedapfel und dem und dem gemacht. Dann schmecke ich das. Ja. Um meinem Bewusstsein. Genau. Also ich würde jetzt auch gerne schnell ein Foto machen, weil wir haben ja die Rezepte bereits im Blog. Wir hatten aber noch keine Bilder dazu. Genau. Hier habe ich das Menü gemacht. So wird das dann serviert. Oder so wünschst du mir die Tasse. Das ist die Vorspeise. Genau. Das ist die Vorspeise. Wir haben hier ein Rindsatar, das wir runtergeschnitten haben. Mit einer Suram-Creme. Mit grillierter Spargel oben drauf. Und dann, wie ich gesagt habe, Spargel im Spargel runtergeschaut. Ein bisschen mariniert oben drauf. Daneben ist ein Bärlauch-Paget, das man so servieren kann. Man kann sonst, was auch so cool aussieht, ist, dass man das ganze Baget am Stück macht. Wie ein Knobelbrot. Und das so zubereitet und serviert. Genau. Also die, die später in den Blog schauen, die sehen gerade wunderbar die echten Bilder. Ich glaube, die Regie freut sich schon im Hintergrund. Die echten Bilder live aus dem Stream, die wir dort hineinpflegen. Wir müssen hier ein bisschen zusammenräumen. Jetzt gehen wir dann schon weiter. Wunderbar. Ich glaube, das haben wir im Kasten. Dann bin ich mehr als froh. Ja, also ich gehöre hier. Mir tropft es hier ins Ohr, weil die Regie schon fast sabert vor Hunger und vor Lust. Ich stelle das mal schnell hier rüber. Wunderbar. So. Wunderschöne Down-Norn. Mit Abstand, der kreativste Dauer, den du mir je serviert hast, ist Wurst und Brot. Jetzt erzählen wir das schnell noch einmal. Wie ging diese Geschichte genau? Wurst und Brot? Ja. Ich finde, eine Wurst hat heutzutage keinen Stellenwert mehr. Es gibt grosse Pioniere von Köchen, die auch dieser Meinung sind. Und sie haben sehr viel angefangen, Würste selber zu machen. So wie bei uns. Wir machen sehr viel Würste selber, weil man bei uns z.B. im Mittagsmenü ganz einfach wertschaffende Kost hat. Ist ja auch Workshop bei uns, oder? Genau. Wurst. 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 Wir sind nicht nur im Darm. Wir machen Wurst im Glas, Wurst im Holz. Wurst überall. Das ist speziell. Wurst ist Wurst. Nicht ganz. Nein. Und wir machen sehr viel eigenen Senf, den wir schon betont haben. Den wir bei euch kaufen. Und dann servieren wir eine Sauerteigbrotscheibe mit Senf und einer selber gemachten Wurst. Und das hat es schon bei uns gegeben. In einem Gourmet Menü einfach so ein bisschen, um den Genuss von einer Wurst aufzustellen. Genau. Und Verhoffnungen führen natürlich. Ich habe es noch recht lustig gefunden, dass du das mit in einem Gourmet Menü einfach einpflanzst. Um eigentlich den Leuten wieder mal zu sagen, hey, hallo, schau dir das mal genauer an, was du essst. Genau. Weil meistens wird das ja nur zur Zwischenpflegung gegessen. Genau. Und dann wollen wir natürlich noch etwas geben. So. Jetzt haben wir den Wokken, den wir warm machen. Um den Spinat zu dünsten. Um den Spinat zu dünsten. Um den Spinat zu dünsten. Um den Knoblauch zu dünsten. Das machen wir jetzt nicht. Weil wir saisonal haben ein bisschen Bärlauch. Ich weiss, wieder Bärlauch. Die, die es gerne haben, haben es gerne. Die, die weniger, dann rate ich zu Schalotte oder eben zu Knoblauch. Den kann man ein wenig klein schneiden. Den kann man dann mit dem Spinat zusammen begeben. Die grossen Blätter kann man ein wenig klein schneiden. Vor allem die dicken Stellen muss man immer ein wenig aufpassen. Dann kann man das dort innen dünsten. Dann nimmt man sicherlich geschwingten Fisch aus dem Sous-Vide-Bad raus. Richtig. Ich versuche hier Püree und Schumsoce warm zu machen. Du hast vorhin erwähnt, dass man das auch im Steamer machen kann. Ja. Wie ist das mit der Hitze? Häufig auch 49 Grad, braucht einfach mehr Zeit. Ja, aber die Hitze wird die gleich angenommen? Vom, vom Gut, welches im Vakuum kippt ist? Vorsichtig, dass du den Fisch nicht kaputt machst. Ja. Deine Fragen sind nicht ganz verstanden. Wird die Hitze gleich angenommen vom Gut im Bütow, wenn du es im Steamer machst? Ja. Ist es beim Wasserbad ein Unterschied? Nein, es ist schon ein bisschen ein Unterschied. Es geht beim Wasserbad natürlich schon viel schneller als beim Steamer. So, ich muss noch ein Brett nehmen. So. Das habe ich jetzt eigentlich vorbereitet. Und beim Steamer geht es einfach wesentlich länger. Ich sage jetzt mal etwa 50% länger der Garzeit. Genau. So. Jetzt nehme ich den Fisch hier aus dem Vakuum-Sack raus. Den Fisch aufschneiden. Vorsichtig, der Fisch ist immer recht brüchig und fällt voneinander. Jetzt sind wir vorsichtig hier auf unser Blech. Ein bisschen. Den Vorbereiten-Tee. So. Jetzt ist die Butter, als es dann drüber läuft. So. Also die, die vielleicht mal zu experimentieren mit Sous-Vide-Garen, wenn ihr Fleisch so das erste Mal macht, verschreckt nicht. Das kann unter Umständen aus dem Bütow aus relativ unappetitlich aussehen. Meistens wird eine Kombination gefahren, oder? Vom Sous-Vide-Garen mit einer anderen Garmethode. Du wirst das jetzt wahrscheinlich auch noch zeigen. Einfach auf den Fisch appliziert, oder? Genau. Sous-Vide ist meistens nur so eine Vorgarstufe, dass man den Garpunkt hat. Und dass es zart ist. Aber es hat keine Röstaromen. Und anschliessen. Man kann es entweder grillieren, sortieren oder noch braten. So wie es in unserem Fall fällt, dass wir es jetzt eben noch abflemmen. Nebenbei bin ich hier mit dem Pärlauch am dünnsten. Genau. Also wir haben hier einen Gast oder einen Zuschauer, der anscheinend mitgekocht hat. Das ist cool. Und er gibt gerade das Feedback. Bei Vorspeisen sind unglaublich... Aber er hat schon eine Hura-Maschine. Gleich schnell wie mir. Der ist bereit, oder? Genau, der ist bereit. Und vor allem jetzt ist er am Essen und am Kochen. Also der ist im Stress zum Vergleich zu dir. Er hat anscheinend nur die Vorspeise gemacht. Ja. Sie sagt, das Rezept. Saurahmsauce für den Geschmäcker von der Sparkle und dem Tartar mit dem Pärlauch. Perfekt. Sie sagt, merci vielmals auf das Rezept. Super. Danke für das Feedback. Schön. Freuen wir uns natürlich direkt direkt in der Sendung so ein Feedback zu bekommen. Ich habe eine Vermutung, wer das ist. Genau, der hat es auf Facebook schon vorgängig gemeldet. Der hat sich das Rezept abgerufen, bevor wir es überhaupt online hatten. So, Spinat nehme ich ein wenig auf die Seite. Ich finde es immer so eindrücklich. Du kaufst 10 Kilo Spinat und dann hast du in die Pfanne nur noch so ein Hemdchen. Genau. Jetzt habe ich hier noch von Stefan Brunner Spinatwurzeln. Das ist eigentlich nichts anderes als Spinat. Hier. Was man eigentlich aus dem Boden rausgezogen hat und noch die Wurzeln dran hat. Die kann man essen. Die haben wir gerade kurz vor dem Lockdown bei uns noch Snacks serviert. Die kann man auch hier noch etwas andünsten. Dann kann man noch etwas Butter dabei geben. So. Die kann man einfach essen. Die kann man auch essen. Die kann man auch essen. Die kann man gegart essen. Das ist cool. Wir würzen das. Daniel, willst du ein wenig Fisch abflemmen? Ja. Kannst du ein wenig Action machen? Aber nicht gleich den ganzen Boden, oder? Nur der Fisch. So. Dann haben wir schon ein Anrichtung auf unserem Hauptgang. Cool. Da darfst du etwas länger drauf sein. Ja. 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 Jetzt schauen wir, dass wir unseren Abstand einhalten. Da, Dani. Jetzt fasziniert mich einfach hier. Das ist jetzt der Grund, warum du das machst. Wir hatten vorher keine Röstaromen am Fisch. Genau. Und die Aromen auf dem Grill haben wir schon. Und die nussige Butter haben wir auch schon. Das haben wir gesagt, jetzt abflemmen. So, jetzt kann man das auch schon gemütlich. Erstmal. So. Wir gehen weg. Immer aufpassen beim Bonzenbrennen, dass man sonst nichts angezündet. Ein suboptimal. Ich glaube, Spinat ist gut. Kannst du abstellen. So. Schauen wir noch ein bisschen. Ich hatte schon mal einen Gast in einem Workshop. Der sagte, der hat eigentlich einen Bonzenbrenner. Ich sagte, jetzt muss man nicht unbedingt so essen oder anbraten. Er sagte, ja. Und dann ist er wieder an einen Workshop gekommen. So. 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 Ja, der eine schon. Aber es war noch ein anderer. Der hat einen Flammenwerfer genommen. Man braucht es um Unkraut zu jäten. Das geht auch natürlich. Ja, logisch. Kannst du mir sagen, es ist ein Spatel, oder? Die hier? Ja, schon gleich. Danke. So. Dann nehmen wir den Fisch auf das Schneidbrett. Auf das Brettchen. Ihr müsst immer abflemmen auf einer brennfesten Unterlage. Das ist natürlich wichtig. Hast du gerne Dauer gehabt? Dann nehme ich gerne die Dauer. Dann schneide ich den Fisch noch ein bisschen zuschneiden. So. So. Das ist schon an und für sich. Das sieht immer spektakulär aus, wenn wir etwas kochen. Wir Profis. Aber das ist etwas, was wir nach Hause ganz einfach machen können. So. Das Topinambour-Püree. Dann haben wir fertig. So. Dann setzen wir jetzt drauf. Wir machen das so ganz einfach. Können die Haisen noch einen längsten Strich machen. Wir haben jetzt das Bure noch ein wenig feiner mixen können. Jetzt haben wir da ein wenig Spinat. Ui, da ist heiss. Auch hier natürlich machen wir ein wunderbares Fötchen. Genau. Die Spinatwurzeln. Das können wir jetzt so aufs Topinambour-Püree drauflegen. So. Dann ein wenig Spinat. Das ist glaube ich noch so ringend als Umsatz für eine Wok. Das ist aber auch noch etwas cooles. Ja, hätte ich eigentlich. Aber eben. Hätte, hätte. Hätte, hätte. Genau. So. Spinat runter. Wok gehen wir retour. Also, auch schnell an unsere Zuschauer. Wir sind ein wenig länger in unserem Livestream. Wir haben mittlerweile 1-3.000 Stunden Senderzeit. Es geht nicht mehr lange. Wir sind schon bald fertig. Ich habe bis jetzt nicht gehört, dass wir katastrophale Zuschauerzahlen hätten. Also, von dem her, wir ziehen das durch. Wir bleiben dabei. Das Dessert haben wir ja schon soweit bereit. Also, wir sind eigentlich jetzt im finalen Anrichten von den Gängen. Also, halt so lange müsst ihr uns nicht mehr aushalten. Ich freue mich jetzt auf das Bild. Genau. Die Fische kann man einfach so durchlecken. In unserem Restaurant richten wir es ganz leicht anders an. Aber dort sind Portionen aufgrund der Intensität der Menüs, weil es dann auch so viele Gänge gibt, die man bei uns geniessen kann, die immer anpasst auf die Menügrösse. Dann habe ich die Schaumsuppe. Die Toppinampur-Suppe. Die habe ich dann mit einem Schwingbäser oder so einem Cappuccino-Schäumer. Da kann man diese ein wenig aufschäumen. Genau. Vielleicht seht ihr sie so in der Kamera, wenn ihr sie so hält. Dann kann man mit einem Esslöffel den Schaum oben abschöpfen. Ganz einfach. Dann kann man den Schaum oben abschöpfen. Dann kann man den dann leicht über den Fisch rein geben. So. Genau. Und dann wäre das an und für sich. So. Unsere Störer mit Spinat. Spinat hoch 2, wie man es bei uns nennen würde. Und Toppinampur hoch 2. So. Wunderbar. Vielleicht hat es jetzt auch jemand nachgekocht zu Hause. Dann wünsche ich dem oder der oder denen, weil es mehrere sind natürlich, einen guten. Da muss ich noch mal etwas trinken. Dann habe ich noch so viele Geräte gehabt, Dani. Ich glaube, du auch. Ich muss vor allem mein Glas noch füllen. Ich habe noch etwas. Händscher-Mächseln. So. Oh, Theo. Theo ist wieder mal da. Jetzt erzählt er uns auch. Tut das gut. Übrigens, Dani, Kohlesauiwasser direkt aus dem Wasserhahn. So etwas Tolles. Wir haben so super Wasser hier in der Schweiz. Das ist ein riesen Privileg. Mal eine Frage. Was hast du für einen Wasserhahn bei dir? Im Küchenladen? Das hast du nicht. Ich habe eine ganz tolle Aktion. Wir machen Aktionen diesen Sommer. Ein Top-Angebot. Wenn mehr willst du wissen, gehen wir auf unsere Webseite designküchen.ch Und wenn ich mir so überlege, das mache ich nicht nur für dich, Daniel, das mache ich gerade für alle Zuschauer, die das jetzt sehen. Geht auf unsere Webseite. Ihr werdet überrascht werden. Danke, Theo, für diesen spannenden Input. Genau das Ding. Theo, weisst du was? Wir machen es einfacher. Du nimmst jetzt bei dir vor dem Fernsehen schnell den Notizblock für und schreibst mal auf, eine Bestellung für das Soda Fresh Gerät hier bei mir in der Küche. Das ist eine Bestellung. Ich wollte nämlich das hier bei mir auch machen. Danke vielmals für diesen Tipp. Die, die das übrigens interessiert, Theo hat es gesagt, das kann jeder bei sich zu Hause mal einbauen. Das ist der letzte Link bei uns, den ihr unter dem Video oder über dem Video findet. Da könnt ihr dort auch schauen, was die Aktion beinhaltet. Theo bringt auch immer wieder super Infos. Was meinst du, Nonn? Das ist innovativ. Wichtig sind immer neue Ideen und eben so etwas in der Wasserhanne im Allgenuss gekommen. Noch immer, als ich war, ich koche, die ich auch in so einer Wasserhanne hatte. Das ist wirklich noch praktisch. Da kann man es einfach rauslassen. Das sind wir übrigens auch bei uns im Restaurant. So ein Produkt. Da müssen wir nicht immer Kisten schleppen. Ja, ja. Genau. Das kommt eigentlich aus dem Haar. Leitend habe ich es nicht. Heute bin ich gerade Mineralwasser kaufen und dann weiss ich, was das heißt. Jetzt ist es ja noch angenehm, die Temperatur im Sommer, weil es einfach ein bisschen ansterngend ist. So, wir kommen schon zum Dessert. Zum letzten. Das neue Schnittbrettchen. Wir haben noch eine Frage zum Halbgang schnell, bevor du ins Dessert reingehst. Hände zu montieren. Also eigentlich sind ja Zuschauer selbst schuld, das müssen wir so lange machen. Sie stellen ja so super viele Fragen. Das ist eben das, was wir beim Briefing nicht beachtet haben. Das gäbe ich eben noch Fragen stellen, wo noch Zeit kommen. Ja, Briefing ist cool, können wir so viele Fragen. Freut mich. Wieso hast du bei diesem Menü Stör gewählt? Beziehungsweise, welche anderen Fische wären auch noch in Frage gekommen? Ganz viele verschiedene. Egli bin ich momentan recht stark dran, wo sonst noch im anderen Zusammenhang mit Egli ein bisschen zu tun haben. Also Flussbarsch. Man kann das mit Sandeer, ist natürlich auch ein sehr feiner Fisch. Das ist das, was sicher die meisten Leute gerne haben und wo es so eine schöne Größe gibt. Ich sage, zu diesem Gang passt das einfach von den Aromen her, vom feinen Toppinambur, vom Spinat, weil man auf Art und Weise etwas recht Mineralisches ist, aber trotzdem ein feines Gemüse ist, passt auch der herbe und feste, also intensive Stör wunderbar dazu. Aber für die, die Stör jetzt natürlich nicht einfach so, weil das findet man nicht in jedem Einkaufsladen oder Händler, da muss man eine Vorstellung haben. Genau, dann empfehle ich sicher, fortzubestellen oder eben, kann man auch ganz gut einen anderen Fisch nehmen. Massiv deine Antwort. Bei den Fischen ist es immer wichtig, dass man schaut, was für eine Zucht oder was für Fänge das Tier kommen. Bei uns gibt es nur Schweizer Fische. Für die Leute, die noch internationale Fische nehmen, unbedingt wirklich schauen, auf die Labels und die Sachen. Dann will ich dich nicht weiter von deinem Dessertglück abhalten, ausser es kommen noch weitere Fragen zum Hauptgang. Dann würden wir dich natürlich sehr gerne auch behandeln. Also, zum Desseren, dann ist ich in die Küche laufen. Bei dir laufen immer so viel. Bei uns sind ja alle Arbeitsabläufe so optimiert, dass du so wenig wie möglich bewegen musst. Und da ist der Theo die Schuld. Aha. Nein, gut, ich wollte ja so eine große Küche. Genau, wir nehmen jetzt die garamnesierte Schokolade. Wir brauchen jetzt auch nicht ganz alles. Wir haben auch geplant, dass wir ein bisschen mehr Tauer machen. Aber jetzt dürfen wir keine Gäste haben. Das sieht extrem spannend aus. Das sieht ein bisschen aus wie, ähm, wie Pult. Ja, mit viel Fantasie. Ja. Genau, die Schokoladewürfchen sind natürlich verliefen. Jetzt müssen wir sie ein bisschen klein hacken, ich weiss nicht, das sieht ihr überhaupt da vorne von der Kamera her. Ich hoffe es. Und sonst ein bisschen grob zusammenhacken, sage ich jetzt mal, dass ihr wisst ja in etwa wie. Das würde aussehen, und man sieht es dann auch auf dem Teller. So. Jetzt kannst du mir jetzt die Granula noch bringen, Dani, bitte. Ja. Ich muss mal die Störfried noch abstellen, da. Genau. So. Jetzt müssen wir hier eine Scherritzwerk machen. Die kann man auch vorbereiten und kann man auch verschiedene Dessert brauchen. Und schon ein bisschen haltbar. Dann nehmen wir das Granula. Genau. Da jetzt vielleicht zu empfehlen, wenn man grosse Nüsse drin hat, wie Baumnüsse oder Macadamiennüsse, das ist mir die vielleicht vorne ein bisschen witzig teilen. Genau. Ein bisschen zerbrechen oder zerhacken. Und jetzt muss man es eben raussuchen. Das ist sicher ein Fehler gewesen von unserer Seite her, wo wir da gerade ein bisschen übermütig in das Kochen hinein gegangen sind. So. Jetzt bin ich ein bisschen gehackt. Dann ziehen wir hier rein. So. Dann geben wir es jetzt auch noch ein bisschen vom anderen hinzu. Wieder. Das Granula ist eben auch etwas, was man herstellen kann. Das ist etwa 2-3 Monate haltbar. So eine Müslimischung kann man selber zusammenstellen. Natürlich mit den Nüssen, mit den Flöckchen, mit den Sämeln und alles. Passt aber auch ins Dessert wunderbar. So. Und man kann es so in einem Weckglasinnen. Ist immer ein cooles Geschenk, ein einfaches, wo Kinder können machen. Daheim ist es immer gäbig. Also ganz viele neue Ideen hoffentlich für unsere Zuschauer. Ja, das ist ja das, was ich bei uns an den Workshops immer sage, wir geben euch immer Inputs und Rezepte und alles. Oder eins zu eins können nachher kochen. Aber du könnt auch einfach so nur als Basis nehmen und eine eigene Dekoration aus dem machen. Wenn ich einfach gewisse Spielregeln halte. Also eigentlich kochen, wenn man es ein bisschen philosophisch betrachtet, oder wo zu sagen, kochen ist zum grössten Teil einfach Mut. Das probieren. Mut und Fantasie. Mut und Fantasie. Könntest du mir noch ein Pächerli Joghurt und Kaffee-Löffel aus dem Kühlschrank geben? Ja, sicher. Also Kaffee-Löffel aus dem Kühlschrank. Nein, nein, das ist zum Beispiel Kaffee-Maschine. Hoffentlich. So, wir nehmen jetzt hier Rohzucker. Also Crème fraîche? Nein, Joghurt, oder? Nein, Joghurt, bitte. Ah, das ist da hinten, ja. Ja. Da ist es jetzt ein bisschen warm. So, ich komme gerade aus dem Kühlschrank, aus den hintersten Töufinnen. Ich gebe denen da ein bisschen Zuckerschicht drauf. Bitte schön. So, danke. Schön. Ui, du hast ihn gerade buttert. Den brauche ich dir. Du hast ihn gerade buttert, ja. So, es gibt Unterschiede. Rohzucker ist nicht Rohrzucker. Rohzucker besteht aus Zuckerrüben, der nicht raffiniert ist. Und das ist auch, was wir verwenden hier. Natürlich auch, wie alles bei uns, ein Schweizer Produkt. Und Rohrzucker ist dann nicht aus dem Zuckerrüben, sondern eben aus dem Zuckerrohre. Das ist ein Buchstaben, welches das Ganze unterscheidet. Und viele Leute fallen immer wieder drauf rein. Ich habe einmal reingekauft, und als ich es gekauft habe, habe ich dann das falsche gekauft. Genau, aber anderswisslich geht es mit beidem. Ihr könnt auch, wenn ihr nicht unbedingt gerade so ein Päckchen wollen kaufen, ein Kilopäckchen, könnt ihr auch normalen Zucker nehmen zu Hause. So. Wie sieht es bei dir aus? Entbuttert. Siehst du, hast du schon wieder etwas kaputt gemacht? Schon wieder etwas kaputt gemacht? Wie arbeitet es heute hier oben? Geht er noch? Ja, da können wir schon flicken. Oder müssen wir noch... Nein, nein, wir haben... Zum Glück sind wir im Kuchenladen. Wir haben sicher noch andere Alternativen. Da kommt immer noch ein bisschen Butter raus. Nussbutter, so genannt. Ich glaube, irgendwo habe ich ein Feuerzeug im Sack. Dann kannst du das nämlich gleich anzünden. Ich habe es einmal gemeint. Schau, da kommt eins nach vorne. Voilà. Dankeschön. Gut, jetzt können wir den Bonzerbrenner anzünden. Das Wichtigste ist, dass wir den Zucker gleichmässig karamellisieren. Nicht, dass es er verbrannt ist und eben nur karamellisieren. Das ist nicht immer so einfach. Es geht eben ein bisschen länger oder eben recht schnell. So. Jetzt hast du jemanden gemeldet, ob jemand den Hauptgang nachher gekocht hat. Nein, Hauptgang Köche haben wir keine. Bis jetzt. Aber gelustet es die Leute überhaupt, dass wir da kochen? Oder gelustet es es gar nicht mehr? Ich habe noch keine Rückmeldungen, ob sie es gelustet, aber... So, da haben wir die garamnierte Crème Brûlée. Jetzt können wir hier ein bisschen von diesem Granola drauf streuen. Wir nehmen alles so ein wenig auf die linke Seite. Finden Sie immer cool, das ist nicht so einfach alles in der Mitte. Wie ihr das anrichtet, ist es ganz unterschiedlich. Ich würde natürlich selber wählen. Jetzt sage ich einmal, wieso sie das so machen. Also jetzt mit all den Komponenten, dann gebe ich hier die brockenen, garamnasierte weisse Schokolade hinzu. So, dann nehmen wir es jetzt gleich fertig. Es kommt schon das Letzte drauf. Wie heiss. So, damit du es im Moment verpasst. So, und dann habe ich hier noch ein bisschen Natura-Joghurt. Das würde ich sehr gerne essen. Ein bisschen aufrühren, damit es nicht zu dick flüssig ist. Jetzt flüssiger. Dann nehme ich da ganz wenig. Dann gehe ich da noch ganz leicht drüber. So. Irgendwann haben wir, glaube ich, unsere Aprikosen-Gonfee. So. Und voilà. Die haben wir hier. Jetzt noch ein Löffel. Jetzt geben wir noch ganz wenig Aprikosen-Gonfee drauf. Für die, die sagen, ja, das sind Hennen-Viele und Hennen-Viele-Aufwand. Für die verschiedenen Joggi-Joghurt-Gonfee und hier. Die können wir einfach nur mit Creme Brulee zu Hause machen. Das kann man auch. Also, wir haben ein Kompliment bekommen. Das Menü wird sicher nachher gekocht, heisst es. Aha, freust du dich auf die Einladung. Herzlichen Dank, sagt man hier. Nachher ist noch eine Frage bezüglich des Fisches. Gleich noch einmal. Wieso haben wir das nicht auf einer sehr heissen Fläche, wie dem Teppaniaki oder auf einer Gussplatte im Egg geröstet, oder anbraten? Das wäre unmöglich. Aber durch das Abflemme liegt der Fisch still. Und wenn man ihn in einer Pfanne macht, dann müssen wir ihn wieder lüpfen, kehren und machen. Und die Fische, die etwas zubereiten, wissen, dass das Fisch im Gartenzustand recht brüchig ist. Und aus diesem Grund haben wir die Option oder die Art vom Abflemme. Wegen der Fragilität des Fischs, das ist sicher ganz gut. So, dann haben wir das einfache Dessertli. Sieht nicht weltbewegend aus, ist aber etwas wirklich Feins. Wieso sage ich das? Die haben unten beim Essen die cremige, weiche Creme Brulee. Die knusprige, garamalisierte Zuckerschicht. Dann haben sie durch das Granola und durch die garamalisierte Schokolade so einen Crunch beim Essen. Das Joghurt hat eine leichte Säure und eine Frische drin. Und dann noch das Aprikose, das Vollmundige, das Ganze. Genau. Das waren unsere drei Gänge. Herzlichen Dank, Norman, für die sehr kompetente Ausführung dieses Dreigangmenü. Liebe Zuschauer, wir haben Sagen und Schreiben zwei Stunden lang gekocht miteinander. Mich nimmt nachher Wunder, wie lange ihr dabei bleiben seid. Ich werde hier die Zahlen sehen, das freut mich jetzt schon. Die Rückmeldungen enorm, also all die Fragen, die ihr gestellt habt, grandios. Wie gesagt, mir geht ganz dank einerseits zum Norman. JumTV, die das Ganze rein produktionstechnisch möglich gemacht hat. Auf dem Ohr habe ich gerade noch, dass noch von aussen eine Stimme reinkommt. Ich glaube, Theo schaltet sich auch noch schnell zu. Das war echt super. Mega spannend. Norman, Dani, ich möchte euch beiden zusammen Danke sagen. Es war so spannend. Es gelöst hat mich morgen gleich in die Küche zu stehen und das nachher zu kochen. Mal eine Frage. Macht ihr die Sendung noch einmal, so einen Livestream? Gute Frage, Theo, gute Frage. Das wird sich zeigen. Ich würde es sehr gerne wieder einmal machen. Norman, wärst du dabei? Kann man sehr gerne wieder einmal machen. Ich würde es eigentlich machen, wenn wir Gäste hätten. Das wäre natürlich cool. Wie hast du es heute ausgetan? Es hat Spaß gehabt, eine Freude gehabt. Ich konnte euch zeigen, was wir einfach nach Hause kochen können. Und ich wollte, dass ihr euch in der Küche präsentieren könnt, mit den Inputs, die ich euch und Ideen gegeben habe. Es würde mich natürlich freuen, wenn ein oder andere, oder auch alle natürlich, mal den Weg zu uns auf Bio finden würde. Als Artist, mich und das Team besuchen, kulinarisch geniessen, vor allem zu erleben. Unsere Chef-Table, genau, und mit Anke, dass ihr hier seid, bleibt gesund. Bleibt gesund, bleibt zuhause, haltet noch an die Regeln. Immer auf Wollstand. Wir wollen, dass das möglichst schnell vorbei ist, dass auch der Norman wieder aufzutun kann, dass ich wieder aufzutun kann und dass wir euch auch wieder persönlich sehen können. Herzlichen Dank und einen schönen Abend. Das wäre es gewesen, live aus der Haute Cuisine. Merci. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal. POLIS here bloque里. Cool. Bye Qui Voit. Ich komm. Untertitelung des ZDF, 2020